Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 65, die erste nach der Sommerpause. Heute ist Samstag, der 9. September 2017 und mit dabei sind wie immer Philipp Banse und Ulf Burmeier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten gerade schon die Pre-Show, deswegen sind wir schon ein bisschen warm gelaufen. Philipp und ich sind ganz begeistert, dass es weitergeht mit der Lage. Ja, also es war eine Sommerpause, die hat gut getan, aber wir sind heilfroh wirklich und voller Energie jetzt wieder zurück. Ich würde sagen gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl am 24.09. und die wird uns natürlich auch in dieser Lage beschäftigen. Noch 15 Tage bis Merkel. Noch 15 Tage bis Merkel. Um es mal zusammenzufassen, oder? Ich weiß nicht, wie siehst du die Lage? Ja, also weiß ich nicht. Wenn die jetzt nicht noch irgendwo einen Hitlergruß zeigt oder sowas, dann ist der Drops gelutscht. Ja, muss man so deutlich sagen. Da wird nicht mehr viel passieren. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die haben jetzt, die gehen ja eher auf die 40, die SPD eher gen 20. Und also ich weiß es nicht. Ich lasse mich auch gerne überraschen oder so. Aber wenn du mich jetzt fragst, wer wird Bundeskanzlerin, dann sage ich Merkel. Das muss man so deutlich sagen, dass die, wir wollen jetzt auch den Wahlkampf nicht 15 Tage vor der Bundestagswahl für beendet erklären. Da kann sich noch was tun. Man muss sehen, in den letzten Umfragen sind immer noch 30 bis 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler unentschieden, wem sie denn tatsächlich ihre Stimme geben wollen. Aber jedenfalls die Tendenz ist doch sehr deutlich. Insbesondere, weil es eben gerade in den letzten Wochen nicht mehr danach aussah, als wenn der Abstand zwischen Angela Merkel und ihrem Herausforderer Schulz von der SPD sich verringerte. Ganz im Gegenteil, dieser Abstand ist eher gewachsen. Woran mag das gelegen haben? Naja, also wir haben ja einen, so einen Meilenstein war ja dieses Kanzlerduell. Letzte Woche Sonntagabend, anderthalb Stunden, haben die beiden da im Fernsehen gestanden, im Studio in Adlershof und haben sich duelliert. Ja, haben sich mit Wattebäuschen beworfen, wie gesagt, für der Hitz. Also das war insofern interessant, als dass es wirklich noch ein bisschen anders gekommen ist, als zu erwarten war. Viele haben ja gesagt, wenn Schulz noch eine Chance hat, ist es das. Merkel kann die Souveräne spielen, aber Schulz muss was riskieren. Wenn er irgendwas reißen will, dann muss er irgendwas riskieren und da kann er nicht auf Nummer sicher spielen. Und Ergebnis ist, es war eine Bewerbung als Vizekanzler. Nee, es war eine Bewerbung als Bundespräsident. Oder so. Also ich fand wirklich, er hat sehr schön einen Repräsentanten abgegeben, aber er hat aus meiner Sicht jedenfalls keinen Führungsanspruch gezeigt. Also das ist ja ganz interessant. Und ich bin ja, wie man weiß, Mitglied der SPD seit einigen Monaten und bekomme deswegen sehr viel E-Mails immer. Und die wirken auf mich persönlich echt immer skurriler, weil da immer nach wie vor so gute Laune verbreitet wird. Und das ist natürlich auch richtig, man muss ja die eigene Partei irgendwie motivieren und so weiter. Aber jedenfalls nach dieser Performance kann ich das nicht mehr so ganz nachvollziehen. Denn ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Philipp, aber ich habe da diesen, ich meine, jetzt wagen wir nochmal eine Fußballmetapher. Ja, es fehlte mir so ein bisschen dieser Zucht zum Tor, dieser unbedingte Wille zum Sieg. Das war ja auch das, was ich beim Deutschen Verbrauchertag gesagt habe, wo ich den gesehen habe und der stand da auf der Bühne und ich dachte, alter, willst du Bundeskanzler werden, mach mal auf. Ich sage ja Bundespräsident. Mach mal hier Sachen, entbreite und das finde ich ist den größten Vorwurf, den ich ihm mache, wenn ich da antrete als, sagen wir mal, SPD-Kandidat, ja, der jetzt ewig auch Jahre in dieser großen Koalition mitregiert hat und jetzt endlich sagen kann. Gut, er persönlich ja nicht, das war ja gerade der Trick, ne? Ja, gut, aber seine SPD aber schon. Und du sagst jetzt so, jetzt müssen wir mal ran und zwar in den Chefsessel und nach vorne, dann musst du eine Vision von diesem Land entwickeln. Du musst, du kannst nicht sagen, ja, mit der Flüchtlingskrise und so, das sehen wir schon ähnlich, da haben sie sich eigentlich ganz okay verhalten, aber unsere große Kritik ist, sie hätten Italien eher, sie hätten die anderen Partner eher informiert. Und hier und da hätte noch ein Komma an das Gesetz werden. Also weißt du, das ist doch nicht der Weg, den du da reitest und die Fahne, die du da rausfuhst. Du brauchst eine Alternative. Ja, wie du Politik in diesem Land gestalten willst. Aber um das vielleicht so ein ganz kleines bisschen noch an diesem Kanzler-Duell festzumachen, es waren halt einfach fast keine Unterschiede erkennbar. Sondern es war halt einfach, Schulz war schon gut, also man muss ganz ehrlich sagen, er war jetzt nicht irgendwie rhetorisch schlechter. Er kam an manchen Stellen vielleicht fachlich nicht ganz so trittfest rüber, aber gut, das ist halt, man muss einfach sagen, Angela Merkel macht das seit vielen Jahren, die ist halt einfach in jedem Stoff drin. Ja gut, aber als SPD-Kandidat musst du dann, glaube ich, mit diesen Steuerfragen und wer wie viel verdient und so, da musst du schon, das ist dein Home-Turf, da musst du Bescheid wissen. Und da hat er sich ziemlich verholpert und Beispiele gebracht, die nicht gepasst haben und so, das war nicht gut. Aber sonst war er schon gut, oder? Das war okay, das ist ein bisschen peinlich, aber das reicht halt nicht aus und die Leute haben halt auch gesagt, ja, die waren beide ganz okay, die einen haben so gesagt, die anderen haben Merkel ein bisschen vorne gesehen, die anderen so. Aber das war jetzt nichts, wo er wirklich Boden hat gut machen können und wo er wirklich, sagen wir mal, die Hardcore-Merkel-Fans, war klar, dass er den nicht überzeugt. Aber diese ganzen Unentschiedenen, die jetzt einfach gucken, was machen wir denn jetzt, denen hat er kein Angebot gemacht, zu sagen, hier, ihr wollt was anderes, ihr seid nicht 100 Prozent von Merkel überzeugt, ja, ihr glaubt nicht, dass das jetzt alles wahnsinnige Vollkatastrophe ist, aber ihr sucht nach etwas anderem, ich biete euch diesen Ausblick auf ein anderes Land für die nächsten fünf Jahre oder wo wir danach irgendwie hinwollen, null. Und das war genau das Problem und diese fehlende Alternative, die kann man im Grunde auch auf zwei Beine stellen. Und zwar zum einen Inhalte, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, also er hat nicht gesagt, was er inhaltlich anders machen würde, aber vor allem bietet er auch keinen anderen Stil an. Er bietet im Grunde so einen Pragmatismus an, eine Politik, die weniger geleitet ist von klaren Visionen, sondern von wir arbeiten so Schrittchen für Schrittchen die Probleme ab, die sich gerade stellen. Das Problem ist bloß, das kennen die Leute von Angela Merkel und dann wissen sie halt, okay, die Angie macht das jetzt seit so und so vielen Jahren, das ist jetzt alles irgendwie nicht Rockstar-like, was sie da abzieht, aber das ist im Prinzip solide politische Arbeit und der Schulz weiß man nicht so richtig, der hat ja bislang in Deutschland kein rechtes größeres politisches Amt inne gehabt und dann bleiben die Leute halt einfach bei dem, was sie kennen. Und genau das, denke ich, war aus Sicht jedenfalls der SPD auch die schlimmste Zahl eigentlich bei diesen, ich hätte fast gesagt Nachwahlumfragen, also bei den Umfragen nach dem Fernsehduell. In der Gruppe der unentschlossenen Wähler haben fast zwei Drittel gesagt, dass sie jetzt eher zu Angela Merkel neigen und nur ein Drittel, dass es eher für Schulz gereicht hat. Und das ist genau das inhaltlich keine Alternative und keinen anderen Politikstil. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wegen Verschiebungen bei den Nachkommastellen und einem ähnlichen Politikstil wähle ich eben nicht Schulz. Das ist genau das Problem, also jetzt nicht ich persönlich, sondern als unentschlossener Wähler. Wenn du einen soliden Politikmanager haben willst, dann hast du da die Merkel, du hast da den Schulz und dann guckst du dir an, was die Merkel gemacht hat. Weißt du, Wirtschaft brummt, über die Probleme reden wir nachher noch irgendwie, dass es eine Menge Probleme gibt, die natürlich da sind, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass das Land wahnsinnig schlecht und voll katastrophal dasteht. Das läuft einigermaßen. Jedenfalls für die meisten und das ist, finde ich, eine gute Überleitung, muss man sagen, zu einem zweiten Problem dieser Debatte. Das war jetzt nicht nur, dass es Schulz nicht so gut gelungen ist, sich abzugrenzen, weil er vielleicht nicht so die richtigen Abgrenzungsideen hatte, sowohl von den Inhalten als auch vom Politikstil her. Es hat auch eine Menge zu tun mit der Moderation. Also die Themen, die gesetzt wurden von den Moderatoren, die kamen nun auch wirklich nicht der SPD entgegen. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, auszuzählen, welche Themen denn eigentlich gesetzt wurden von den Moderatoren. Dazu muss man als Disclaimer sagen, diese Auszählung stammt von Marco Bülow, der seines Zeichens SPD-Bundestagskandidat ist aus dem Ruhrgebiet irgendwo. Ich weiß nicht ganz genau. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht nachgezählt. Ich vertraue jetzt mal darauf, dass der quasi redlich gezählt hat. Aber wenn das so ist, dann waren 17 Fragen zum Thema Migration und Islam, sieben zum Thema Außenpolitik und sechs zum Thema innere Sicherheit, Terror. Also alles Themen, die tendenziell eher Angela Merkel quasi zugutekommen, weil sie Kernkompetenzen der Union ansprechen. Und das sind zusammen 17, 24, 30 Fragen und nur drei Fragen zum Thema soziale Gerechtigkeit und weitere drei zum Thema Steuern. Wie gesagt, Disclaimer, Zahlen von Marco Bülow, nicht Zahlen von uns. Plus, plus, plus von diesen 93 Minuten, die Sie da geredet haben, war fast die Hälfte ging um Flüchtlinge, Migration, Integration. Und da muss man doch mal ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt, das ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist wahrlich nicht die zentrale Zukunftsfrage für Deutschland. Es gibt hier eine ganze Menge an anderen Themen, über die man zumindest gleichwertig hätte diskutieren müssen. Und das muss man glaube ich dazu sagen, wenn man jetzt Schulz tendenziell kritisiert dafür, dass er sich nicht absetzen konnte. Das lag natürlich auch daran, dass er einfach in dieser Migrationspolitik tatsächlich einen sehr ähnlichen Kurs vertritt. Das heißt, da ist es ihm natürlich sehr schwer gefallen, sich abzugrenzen. Und zum Thema, zum Beispiel das Thema steigende Mieten oder Mietpreisbremse ist, soweit ich das erinnere, nicht mal vorgekommen. Dabei könnte man das ja zu einem zentralen Wahlkampfthema machen. Also da ist auch viel drüber geredet worden. Ich finde, die Kritik steht, die inhaltliche Aufteilung, sowohl was thematische Gewichtung als auch Fragenauswahl war, finde ich, war schlecht. Also jetzt auch nicht nur aus SPD-Perspektive, sondern so insgesamt, wo man sich schon fragt, und finde ich, da hat Christian Lindner von der FDP recht, wo ging es um Bildung, Digitalisierung. Zukunftsfragen. Das war fast kein Thema. Euro, Energie, Klima, Innovation, Bürokratie, meint er, wo war das? Und da würde ich auch sagen, also du kannst jetzt über jedes einzelne Thema nochmal nachdenken, ja, aber Klima und solche Sachen, da finde ich, wenn du fast die Hälfte der Zeit mit Flüchtlingen und Integration und Migration verbringst, dann stimmt die Gewichtung da einfach. Ja, das muss man sagen. Aber vielleicht bei dieser Gelegenheit die Überleitung so allgemein dazu, unserem gegenwärtigen Blick auf den Wahlkampf. Es ist irgendwo schon angeklungen, aber ich denke, die SPD ergreift einfach, abgesehen von dem Fernsehduell, auch generell überhaupt nicht die Chance, sich abzugrenzen. Stichwort soziale Gerechtigkeit. Natürlich wird das zum Thema gemacht, aber ich habe nicht der Eindruck, dass es gelingt, dieses Thema zu setzen, als ein Thema, das die Diskussion bestimmt. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Blödheit der SPD und ihrer verpeilten Wahlkampfplanung, aber ich glaube einfach, den Leuten geht es zu gut. Aber es gibt doch keinen, den es nicht gut geht. Ja, aber ich glaube, der Masse, kommt er später auch nochmal, oder beziehungsweise, ich glaube, der Spiegel hat jetzt in der Titelgeschichte so eine Umfrage, dass es den Leuten einfach gut geht. Du meinst, du willst einfach keiner hören, dass es ungerecht ist? Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich finde, dieses Gerechtigkeitsthema ist aus Sicht der SPD das zentrale Thema, weil es wahnsinnig viele Leute gibt, denen es in einem Land, das brummt, nicht gut geht. Und wo man sagen kann, die Steuerlast ist einfach falsch verteilt, das ist ungerecht. Und du hast, sagen wir mal, boomende Städte, in denen viele es sich nicht mehr leisten können, zu wohnen. Ja, optimales SPD-Thema. Stichwort Mietpreisbremse. Muss man doch mal ganz ehrlich sagen, die Mietpreisbremse ist in dieser großen Koalition eingeführt worden, aber in einer kastrierten Variante, wie das eben so ist. Die Union hat es nicht ganz geblockt, aber sie hat die Mietpreisbremse, die eingeführt wurde, so kaputt gemacht, sage ich jetzt mal etwas polemisch, so manipuliert, so kleingeredet, dass sie letztlich komplett unwirksam ist. Das muss man so deutlich sagen. Also was da jetzt geschaffen worden ist, bringt letztlich, da haben wir ja auch schon in der Lage darüber gesprochen, bislang jedenfalls keine Reduktion beim Anstieg der Mietpreise. Ja, wirkt also mit anderen Worten überhaupt gar nicht. Sieht man jetzt einen großen SPD-Wahlkampf zum Thema Mietpreisbremse? Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Wer diesen Wahlkampf führt, ist interessanterweise der grüne Justizsenator aus Berlin. Dirk Behrendt, ja, Disclaimer, mein Chef. Ja, der grüne Senator aus Berlin schlägt ein Update der Mietpreisbremse vor über den Bundesrat. Da gibt es jetzt, also er hat das vorgelegt, das ist dann vom Berliner Senat beschlossen worden. Das ist ja eine rot-rot-grüne Koalition und soll jetzt über den Bundesrat eingeführt werden. Ein Update der Mietpreisbremse dahingehend, dass man also als Mieter vom Vermieter obligatorisch informiert werden muss über die frühere Miete und dass man Rückforderungen stellen kann von überhöhten Mieten von Anfang an und nicht erst von dem Zeitpunkt, wo man es gelten macht. Aber das wäre doch ein Update, da muss man doch nicht auf einen grünen Senator warten als SPD. Das müsste doch zentrales Wahlkampfthema sein. Ja, aber ich glaube, sie haben es ja zum Teil auch versucht, aber ich glaube, allein das in das Wahlkampfthema sozusagen, das ist jetzt unser Thema, das reicht nicht. Sondern du musst es einbetten in so eine Vision, weil sonst kommt es so, weißt du, sonst ist es so punktuell. Irgendwie so ja hier die Mietpreisbremse und da mehr sozialer Wohnungsbau und ach ja, wir hätten bei der nächsten Einwanderungswelle, da informieren wir auch die EU-Partnerstaaten ein bisschen eher und so, weißt du, das ist alles so Kleinkram. Kleinkram, ja, oder ich weiß nicht, was noch so Themen waren, wo er sich zugehört. Ach, so genau, Türkei würde er jetzt doch, oder würde er sozusagen die Gespräche, die es gar nicht mehr gibt, die Beitrittsgespräche zur EU mit der Türkei abbrechen, die gegen Ebrach, das interessiert niemanden. Aber es war so ein ganz kleiner Akzent und ich meine, und das wurde schon als der große Akzent von Schulz in dieser Debatte gewertet, wo man sagt, okay, ja, gut, aber wir wollen es auch nicht nur bei der SPD und bei Angela Merkel belassen, sondern wir haben uns den Wahlkampf auch generell angeguckt. Ich finde persönlich auch, dass der Wahlkampf der Grünen vergleichsweise unspektakulär bis langweilig verläuft. Sie bleiben bei Ihren Kernthemen nämlich auch total blass. Beispiel, wir haben jetzt gerade einen großen Dieselskandal, haben wir auch in der Lage schon immer ausführlich begleitet, was da genau passiert ist. Genau, also das ist wirklich ein Kernthema der Lage, aber ja nicht, weil nur wir das spannend finden, sondern weil es ein Thema der innenpolitischen Debatte ist seit Monaten, auch in der Sommerpause oder im Sommerloch war es breites Thema. Warum hört man von den Grünen eigentlich keine klaren Forderungen, wie zum Beispiel generell so eine ökologische Wende im Verkehrsbereich aussehen muss? Ich bin mir sicher, dass die Grünen da Konzepte haben, aber die werden auch im Wahlkampf nicht in dem Sinne in den Vordergrund gestellt, dass man jetzt sieht, ja, okay, die haben da eine konsistente Vision eines ökologischen Umbaus und deswegen werde ich die jetzt. Oder sie dringen damit nicht durch, das muss man ja immer sagen, man weiß es nicht, aber es kommt jedenfalls nicht so rüber, dass man sagt, hey, wir brauchen eine ökologische Wende, deswegen werde ich jetzt mal die Grünen. Na gut, ich meine, das liegt auch an den Spitzenkandidaten, weißt du, da kannst du ja drüber heulen oder nicht, aber da funktionieren Wahlkampf wie Podcasts, ja, du brauchst, das ist eine persönliche Nummer. Du musst dich identifizieren. Du musst dich identifizieren und so, wenn das gute Personen sind, dann hörst du auch mal zu, wenn es langweilig ist, wenn du die magst und sonst schaltest du halt ab, aber das ist da halt auch so und ich finde, die Grünen haben da einfach keine besonders tollen Spitzenkandidaten, die sowas auch mal vertreten, die das irgendwie, weißt du, die das in die Öffentlichkeit bringen, die tun das einfach nicht. Das ist wohl so, aber auf der anderen Seite, ich finde ja, eine Partei macht einen vergleichsweise überzeugenden Wahlkampf, das ist die Linke, und zwar jetzt, ich meine, ich will damit gar nicht die Inhalte bewerten, sondern ich meine jetzt nur Wahlkampf als Disziplin an sich, denn ich finde, die Linken machen ihren Markenkern mehr soziale Gerechtigkeit sehr, sehr deutlich, also jedenfalls im Berliner Straßenwahlkampf ist das nicht zu übersehen, aber auch in den öffentlichen Äußerungen. Was die Grünen nicht tun mit ihrer Ökologie. Nee, also nicht in dieser Deutlichkeit. Nicht in dieser Deutlichkeit, die haben auch einen klaren Markenkern eigentlich, Klimawandel, Verkehrskonzepte, aber irgendwie hört man davon nichts. Genau, und das macht die Linke irgendwie besser, sie hat ein klares Konzept soziale Gerechtigkeit, sie machen auch ganz klar Opposition, sie geben sich auch so ein ganz kleines bisschen als Enfant Terrible, ja, also so ganz bisschen Bürgerschreck, Rhetorik jedenfalls, liest man hier immer noch. Auf der anderen Seite sagtest du, Philipp, aber ist dein Problem mit dem Wagenknecht, auf dich wirkt es auch ein bisschen populistisch? Ja, Sarah Wagenknecht und so, die fischen da schon auch, finde ich, an diesem rechten Rand, von diesen Enttäuschten, die glauben, vergessen worden zu sein, nicht gehört zu werden. Aber ist das nicht legitim, weißt du, und den Leuten dann anstatt von Nazi-Konzepten vielleicht Konzepte einer besseren sozialen Gerechtigkeit anzubieten, finde ich eigentlich einen ganz guten Move. Ja, wenn es nicht daran umschlägt, Sündenböcke zu suchen, weißt du, wenn du sagst, okay, ihr habt ein Problem, eure Lage ist nicht gut, wir bieten euch Lösungen an, da kann man X und Y und Z tun, ja, Vermögensteuer etc., aber so zu insinuieren, da sind Leute dran schuld, ja, Flüchtlinge beispielsweise oder andere an eurem Unglück. Das tut sie, ne, das machen sie nicht auf Plakaten, aber das macht sie in Reden. Und das, finde ich, zum Beispiel ist eine Sache, der Martin Schulz weitgehend widerstanden hat. Das muss man sagen, ja. Also das wäre auch eine Möglichkeit für ihn gewesen und das war, hat der Spiegel jetzt in der Titelgeschichte geschrieben, angeblich auch ein großer Punkt, der ihn kurz nach seiner Nominierung so gute Umfragewerte beschert hat, weil nämlich auch viele AfD-Leute, weißt du, von diesen Protestwählern Enttäuschte, sagen wir mal, sich positiv über ihn geäußert haben, weil er halt erst mal so was Neues zu sein schien und gegen Merkel zu sein schien, Alternativmodell zu sein schien, wo viele Enttäuschte sich erst mal an ihn gehängt haben und im Laufe der Zeit ist das halt wieder abgebröckelt und ist er da verblasst und die sind wieder zur AfD zurückgegangen. Und das wäre natürlich eine strategische Option gewesen, zu sagen, die Leute holen wir uns. Das muss man sagen, da ist die FDP nicht ganz so konsequent. Also grundsätzlich mal würde ich ja sagen, die FDP macht einen extrem effektiven Wahlkampf. Wenn man also, wie gesagt, wir bewerten jetzt erst mal nicht Inhalte, sondern wir gucken uns den Wahlkampf isoliert an und da muss man sagen, das Produkt Wahlkampf ist super, oder? Das ist Wahlkampf wie von Apple. Genau. Schöne Bilder, Rockstar Christian Lindner mit drei Tage. Das funktioniert und die hatten halt das Glück, würde ich sagen, dass sie rausgeflogen sind vor vier Jahren und das würde ich ehrlich gesagt der SPD dieses Jahr auch wünschen. Also rausfliegen werden sie nun wohl nicht, ne? Rausfliegen werden sie nicht, aber die Frage ist ja so ein bisschen, es gibt ja so diese drei Eskalationsszenarien, kriegt da Martin Schulz mehr als Steinbrück zuletzt, nämlich als diese 25,7, dann fast ausgeschlossen, dann bleibt er und dann ist alles super, wenn er so dazwischen landet, zwischen Steinmeier 2009 mit 23% und 2013 Steinbrück mit 25,7%, ja, dann muss man mal sehen, aber wenn er unter diesen 23 von Steinmeier landet von 2009, Klammer auf, wonach es derzeit aussieht, dann wird er sich nicht halten können und ich wünsche den Sozialdemokraten fast, dass sie unter 20 landen, um sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, wir sind jetzt Opposition, so kann es nicht weitergehen, wir haben das schlechteste Wahlergebnis ever eingefahren und wir müssen uns erneuern und diesen Glück, das hatte die FDP, die konnten von null anfangen, die haben Wahlplakate, ich stelle mich auch vor diese Wahlplakate, das ist das erste Wahlplakat, was ich sehe, wo Inhalt zu finden ist. Ein Ding steht bei mir an der Straßenbahnhaltestelle. Da sieht man Menschen stehen, die lesen Plakate. Ja, ich habe es selber gelesen, ich stand davor und dachte, Geduld ist, Ungeduld ist auch eine Tugend oder sowas und dann stand da irgendwie so ein Text, so ein Block, ja, so klein gedruckt und ich habe so gedacht, was steht denn da? Und dann dachte ich, ach okay, ja, das finden wir eigentlich ganz gut mit der Digitalisierung, aber ehrlich gesagt, das geht zu langsam, das funktioniert alles nicht, wir würden da, da muss mehr Druck rein. Du, das sehe ich ehrlich gesagt jeden Morgen, wenn ich so zum Kammergericht radle, also zur Arbeit radle, so 20 Minuten etwa, schön durch Berlin, dann sehe ich das jeden Morgen, dass auf diesen Großflächenplakaten der FDP, irgendwie so kleine Schriftzüge zu finden sind und da stehen Leute davor, jetzt nicht vor jedem Plakat, aber ich sehe das fast jeden Morgen, dass irgendwo jemand am Lesen ist. Hammer, habe ich auch noch nie erlebt. Also gut, die FDP macht, denke ich, einen sehr, sehr effektiven Wahlkampf, weil sie halt ein ganz kleines bisschen so der Quereinsteiger ist und sie haben ja sich mit Christian Lindner komplett neu erfunden, das muss man sagen und sie haben einen sehr riskanten Move gemacht, sondern sie haben im Grunde ja gesagt, wir setzen jetzt auf eine Messias-Figur. Wir bauen jetzt eine Person zu unserem FDP-Rockstar auf, aber bislang funktioniert es gut, sie stehen ja knapp unter 10 Prozent oder um 10 Prozent. Genau, also nicht nur das, sie sind die wahrscheinlichste Regierungsoption. Das läuft viel auf schwarz-gelb raus, dann ist Lindner auf einmal Vizekanzler. Ja, genau und ich meine, dann ist es auch konsequent, dass man ihn jetzt so aufbaut, denn dann würde das irgendwie passen. So, ja und dann sind die, die haben gar nicht genug Leute, um diese ganzen Posten da zu bestimmen. Da bin ich mir nicht sicher, das ist ja, man muss ja sehen, das ist ja eine gewachsene Partei, die hat ja einen Unterbau und ich habe das schon so ein bisschen beobachtet, die Leute sind ja jetzt auch nicht alle irgendwie mit einmal verschwunden, nur als die FDP vor vier Jahren aus dem Bundestag geflogen ist. Da sind natürlich auch viele dann, keine Ahnung, bei der Friedrich-Naumann-Stiftung gelandet oder bei anderen FDP-nahen Organisationen. Also das, ne, da sind schon einige auch weich gefallen, aber klar, es geht jetzt für die FDP um die Wurscht, denn, wie soll ich sagen, diese Überbrückungsmodelle funktionieren natürlich nicht für die Ewigkeit. Aber du hast natürlich recht, was du eben ansprachst mit der SPD und einer echten Pleite. Also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass ich jedenfalls diese Law-and-Order-Politik der SPD in Bürgerrechtsfragen für einen absoluten Fehler halte. Ich glaube, sozialdemokratische Bürgerrechtspolitik muss ganz anders aussehen, auch sozialdemokratische Kriminalitätspolitik muss mehr sein. Da sind wir, glaube ich, der FDP wesentlich näher beispielsweise. Ja, das würde ich auch so sehen. Und da zum Beispiel fehlt auch aus meiner Sicht jeweils eine spezifisch sozialdemokratische Antwort. Da kann man sich ja schon Gedanken machen über die Frage, wie kommt denn eine Kriminalität zustande? Ja, das war ja Markenkerne der SPD in den 70er Jahren, mal ein bisschen moderner nachzudenken. Ich sage jetzt nochmal Resozialisierung im Strafvollzug als eines von zahllosen Stichworten. Das ist momentan alles außer Mode gekommen, aber auch eine ehrliche Formulierung, was bedeutet heute soziale Gerechtigkeit. Wie gesagt, das macht die Linke vor und bei der SPD gibt es natürlich auch da Ansätze. Ich will das auch nicht alles kleinreden, aber die gegenwärtige Führungsriege ist einfach nicht mehr so wahnsinnig sozialdemokratisch. Und vielleicht braucht es da, mal ganz platt gesagt, so ein Gewitter, ein reinigendes Gewitter. Absolut, aber davon bin ich ganz fest überzeugt. So, ich meine, was bei der... Hauptsache, Sie bleiben nicht Juniorpartner in der nächsten großen Qualität. Das wäre das Projekt 10 Prozent, ne? Ja, also das glaube ich, also das weiß ich nicht. Also A, will ich das persönlich nicht, B, glaube ich, für die Parteien eine Katastrophe und für Deutschland wäre es auch scheiße. Demokratie lebt auch vom Wandel und vom Wechsel. Und gut, Angela Merkel wird nun wohl bleiben nach allem, was wir wissen, aber zumindest würden sich doch die Leitlinien der Politik, denke ich, ändern, wenn es einen anderen Koalitionspartner ist. So, ich wäre übrigens, wärst du dafür, die Kanzlerschaft auf zwei Perioden zu begrenzen, so wie in Amerika? Ach, das ist eine interessante Frage. Ich habe da mir noch keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich finde es aber eine interessante Idee. Man müsste dann zwei Perioden, also die Perioden können natürlich verkürzt sein, dann würde ich vielleicht einen Zeitraum festlegen. Ja, mehr als acht Jahre. Maximal zehn Jahre oder acht Jahre oder wie auch immer. Könnte man mal drüber nachdenken. Weil wir hatten jetzt Kohl mit, was war das, 16 war der? Ja, ja, von 83 bis 98. Und sie ist jetzt auch dann, wenn sie durch ist, 16 Jahre dabei. Also das ist schon echt lange. Das ist schon echt lange. Ja, und sie hat natürlich auch... Nicht die Partei. Nee, nee, klar. Das kann sie nicht machen, aber so die Person. Ja, und ich meine, sie hat natürlich auch in der CDU, was so die, wie soll ich sagen, den Führungsnachwuchs angeht, eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Also wie viele Leute hat sie da mehr oder weniger abgeschossen? Von Roland Koch bis Friedrich Merz. Da sind eine ganze Reihe von Hoffnungen. Und dann auch aus Nordrhein-Westfalen, der gute eine Mann. Wie hieß er denn nochmal? Was? Laschet? Armin Laschet. Armin Laschet. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es auch... Ach so, Rüttgers. Nee, doch. Nee, nicht Rüttgers, sondern der Umweltminister. Genau. Der immerige Sache. Ja, ich komme gar nicht drauf. Ja, jedenfalls, also da gibt es eine ganze Reihe von Leuten aus der Union, die ihr möglicherweise hätten gefährlich werden können, die sie alle abgeschossen hat. Und wenn man natürlich wüsste, dass man relativ bald auch einen Nachfolger präsentieren muss, dann könnte man sich eine so, wie soll ich sagen, so mörderische Nachwuchsarbeit nicht leisten. Genau. Das wäre sehr gut. Das würde die Lebendigkeit, glaube ich, in den Parteien ein bisschen erhöhen. Das Ganze ein bisschen mehr durchwaschen. Die durchwaschen auch so die Erneuerung, die wir jetzt ja bei der SPD auch vermissen und bei den Grünen auch. Ja, die würde das vielleicht so ein bisschen anheizen. Also bei den Grünen gibt es in den Ländern ganz interessante Leute. Ich habe da so das eine oder andere mitbekommen, also aus Bayern zum Beispiel. Aber gut, jedenfalls wird das, glaube ich, würde ich trotzdem sagen, eine ganz interessante Bundestagswahl. Auch wenn wir jetzt vom Ergebnis her denken, wir wissen schon, wo es hinläuft. Es ist nämlich spannend, ob es reicht überhaupt für Schwarz-Gelb. Das ist nicht sicher. Das ist nämlich nicht sicher. Das ist möglich, aber nicht sicher. Und wenn das nämlich nicht reicht, dann ist die sehr spannende Frage, was wird dann für eine Koalition gebildet? Wie gesagt, dann würde rechnerisch eine große Koalition gehen oder Jamaika. Also mit Rot-Schwarz, also Roten, Grün und FDP. Äh, Schwarz, Grün und FDP. Genau. Das wäre ja auch eine denkbare Koalition. Sehr spannend, ob die dann zustande kommt. Und wenn die nämlich nicht zustande kommt, dann hätte die SPD ein echtes Dilemma. Dann gäbe es nämlich nur große Koalition oder Neuwahlen. Und dann standhaft zu bleiben und zu sagen, nein, wir sind so abgewählt worden als SPD jetzt. Wir müssen jetzt mal in die Opposition, um uns auch selber zu reinigen und unser Profil zu schärfen. Ich sage jetzt mal ganz polemisch, um wieder sozialdemokratischer zu werden. Das wird dann nämlich eine Menge Willensstärke erwarten. Denn dann müsste man ja wirklich sagen, nein, okay, große Koalition machen wir nicht. Da muss eben möglicherweise noch in diesem Jahr ein zweites Mal gewählt werden. Und das wird der SPD nicht gut tun, glaube ich, wenn es dann wirklich darum geht, klare Verhältnisse zu schaffen. Nein, dann würde vermutlich die Union jedenfalls knapp an der absoluten Mehrheit landen. Also insofern glaube ich, das sieht momentan alles so langweilig aus. Ganz so langweilig wird es nicht am Wahlabend. Ich bin sehr gespannt. Wir können bei der Gelegenheit gleich ein bisschen Werbung einbauen. Stichwort Analyse der Bundestagswahl. Stimmt. Philipp und ich haben uns überlegt, wir machen wieder mal eine Lage live. Und zwar in diesem Fall eine Lage live zur Analyse der kommenden Bundestagswahl. Genau, es gab ja so ein paar Projekte, die ich mit Tim Pridlove zusammen gemacht hatte im Rahmen des Bundesradios vor vier Jahren und auch schon davor bei der Wahl vier Jahre. Da haben wir ja quasi am Wahlabend quasi so eine Art alternatives Wahlstudio gemacht. Das machen wir jetzt in diesem Fall nicht. Das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Trotzdem dachten Ulf und ich so ganz unkommentiert und Business as usual können wir bei der Bundestagswahl dann doch nicht machen. Und haben dann aber gesagt, okay, dann machen wir es aber nicht an dem Abend, weil da einfach immer noch zu viele Fragezeichen sind, sondern zwei Tage danach. Also am 26.09. Das ist ein Dienstag. Ein Dienstag, 20 Uhr, wieder, danke, 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 an die Wikimedia-Verein in Berlin-Tempelhofer-Ufer, die uns da die Räume zu guten Konditionen zur Verfügung stellen. Sehr fair. Sehr fair. Und super Service, total nett. Total nette, großartige Gastgeber. Genau, Gastgeber. Wenn ihr Tickets kauft, sind da Getränke mit drin. Ja. Also frei saufen, wenn man so will. Genau, wie früher. Und genau, deswegen, ja, ein paar Tickets gibt es noch. Also ich glaube, die Hälfte ist jetzt schon weg. Okay, Philipp, muss man drüber reden, ich brauche noch ein paar. Ich habe ein paar Leute, die nicht Tickets schulden müssen. Oder das wollen wir erklären. Anyway, also jedenfalls das für den Start am 26. Würde uns sehr freuen, wenn ihr kommt. Wie gesagt, Getränke sind mit drin und Zeit ein bisschen zu quatschen und so. Ich fand das immer bisher total nette Abende. Genau, und das wird, glaube ich, einfach, wird auch einfach, irgendwie wird es spannend werden, was jetzt passiert nach der Bundestagswahl. Klar, wenn es schwarz-gelb geht, ist das vergleichsweise wenig spannend. Aber trotzdem, auch dann wird es natürlich spannend, wen wird die FDP zum Beispiel zum Minister machen wollen. Kommt dann nochmal Sabine Leuter-Schnachenberger, die ich ja großartig finde, die ehemalige Bundesjustizministerin und heute so ein bisschen Speerspitze der FDP in Sachen Bürgerrechtsfragen, mit den beiden Altliberalen Baum und Hirsch zusammen, wird die dann nochmal Justizministerin oder kommt dann bei der FDP die junge Generation, welche Rolle wird dann Christian Lindner spielen, und ich glaube, das sind alles Dinge, über die man sich wunderbar wird unterhalten können und zwar sowohl Philipp und ich während der Lage selber, als auch wir alle hinterher beim Bierchen bei Wikimedia. Insofern, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Genau, eine Sache, finde ich, ist aber noch ein wichtiger Punkt, den wir besprechen müssen und zwar hat der Spiegel, finde ich, eine ganz gute Titelgeschichte geschrieben, nämlich über diese Frage, ja, alle sind sich so einig, ja, es gibt keine große Konkurrenz, der Wahlkampf fletschert so dahin, gleichzeitig berichten, also auch mir persönlich, Wahlkämpfer, ja, also Abgeordnete im Bundestag, die jetzt wiedergewählt werden wollen, von extremem Hass, ihnen gegenüber. Ungekannt, wirklich ungekannter Ausmaß, wo sie Wahlveranstaltungen stehen und irgendwie auch gerade in Ostdeutschland versuchen, verstimmen zu werden, jetzt auf Seiten der Linken, weiß ich von einer, und sie meint, das hat sie noch nie erlebt. So viel Hass, so viel Wut, so viel persönliche Anfeindungen, physische Angriffe zum Teil. Also da kann ich auch eine persönliche Anekdote einbauen, an der Stelle, und zwar hat die GFF, bei der ich mich ja engagiere, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, vor kurzem eine Klage angekündigt, wir haben ja auch berichtet über das Handy-Auslesen bei Flüchtlingen, und da ist jetzt durchgesickert, dass das Innenministerium nicht, also damit das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, nicht etwa nur plant, Handys dann auszulesen, wenn man die wirklich Daten braucht, weil man nicht weiß, wo kommt ein Flüchtling her, sondern es soll so eine Art Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden, beim Erstkontakt mit einem Flüchtling sollen gleich Handy und sämtliche Datenspeicher auf Vorrat ausgelesen werden und unbefristet gespeichert werden. Und da haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall unverhältnismäßig, man kann natürlich das Handy einsehen, aber das so zu gestalten und so weit zu fassen, das ist letztlich wieder eine Vorratsdatenspeicherung, das ist unverhältnismäßig und wir haben dagegen eine Klage angekündigt und haben das auch auf unserer Facebook-Seite angekündigt und da ist uns also der blanke AfD-Hass entgegengeschlagen. Also was da los war bei uns in der Kommentarspalte, also wir haben 99 Prozent der Kommentare ausgeblendet oder ganz gelöscht, weil man da einfach nur einen unbeschreiblichen Hass festgestellt hat auf Menschen mit Migrationshintergrund, aber dann auch auf das Team der GFF, also reihenweise persönliche Beleidigungen, wir sollten aufgehängt werden, in die Psychiatrie eingewiesen werden und so weiter und so weiter. Und zwar einfach nur, weil wir gesagt haben, das Handy auslesen bei Geflüchteten muss verhältnismäßig sein. Wir haben noch nicht mal gesagt, das ist generell unzulässig, sondern man darf es halt nicht immer machen, sondern nur dann, wenn man die Daten auch braucht. Ja, eigentlich, was irgendwie für dich normal sein sollte. Und also das war für mich auch total schockierend. Ich weiß ja, wir haben ja auch in der Lage schon tausendmal über Hass im Netz diskutiert. Ich habe auch viel geschrieben über das Thema. Aber wenn es einem dann so quasi persönlich mal passiert und man diesen ganzen Wahnsinn sieht, diese ganze Unvernunft, diese unfassbare Dummheit und dieses Diskussionsniveau so auf Sandkastenniveau, da muss man schon eigentlich sagen, das ist doch erschreckend. Und das waren teilweise, also soweit man sich die Profile angucken konnte, waren das alles Leute mit Beruf und Familie. Da waren dann Familienbilder mit Hund und Kindern und so. Also das ist kein in Anführungsstrichen Assis oder so. Nein, aber das passt ja auch zu diesem, was der Spiegel schreibt. Also ich fand den Bericht gar nicht schlecht, weil er relativ ruhig war und relativ ausgewogen. Und der hat halt mal geguckt, was sind das? Woher kommt das? Also die schreiben, das Ergebnis der zwölfjährigen Kanzlerschaft von Merkel ist eben auch ein gespaltenes Land, in dem es sich eine radikale, aber laute Minderheit nicht mehr repräsentiert fühlt. So, ich finde, das ist auch unter Merkel entstanden. Nämlich dieser AfD, die jetzt wahrscheinlich mit plus minus zehn Prozent in den Bundestag einkommen. Das sind immerhin plus minus 70 Abgeordnete, die dann im Bundestag sind. Übrigens, schönen Dank auch in diesem Fall natürlich an das Kanzlerduell. Vor dem Kanzlerduell stand die AfD bei sieben Prozent, danach bei zehn. Warum? Du hast es eben gesagt, die Hälfte der Zeit. Ja, und zum einen eine Soße und zum anderen ist eben fast die Hälfte der Zeit für irgendwelche AfD-Kernthemen, nämlich das sogenannte Flüchtlingsproblem, draufgegangen. So, und da hat der Spiegel mal geguckt und hat gefragt, okay, was sind denn das eigentlich für Leute? Und die haben nämlich auch, haben verschiedene Studien zitiert, haben auch gesagt, das sind nicht Leute, die wenig verdienen. Das ist nicht nur Unterschiede. Es ist auch keine Bildungsfrage, sondern die schreiben, und auch die AfD-Wähler sagen, sie sind ja nicht wirtschaftlich motiviert, sondern, Zitat, Spiegel, Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenslage ist der wesentliche Treiber. Unzufriedenheit, was nicht bedeutet Armut. Nee, Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenslage. Böckler Stiftung, SPD-Nah, glaube ich, hat also das untersucht und Spiegel zitiert und sagt, dabei gehe es weniger um objektive wirtschaftliche Situationen als ein Gefühl persönlicher Zurückwärtsung. Genau, narzisstische Kränkung. AfD-Wähler schätzten ihre Position in der Gesellschaft niedrig ein und fühlten sich ohnmächtig. Ihr Gefühl gegenüber dem Leben spiegelte sich in der Aussage, was mit mir passiert, wird irgendwo draußen in der Welt entschieden. Und gleichzeitig gibt es nämlich die große Mehrheit von Menschen, die mit ihrer wirtschaftlichen Lage und dem sonstigen Leben nämlich fast noch nie so zufrieden waren wie heute. Das gibt es auch Umfragen. Darauf zieht natürlich die CDU. Aber wenn du dann zu dieser Minderheit gehörst, die eben so eine narzisstische Kränkung hat, die irgendwie sich nicht gesehen fühlt, die wütend ist, die sich ignoriert fühlt, die irgendwie sich nicht wiederfindet, dann gegenübergestellt mit dieser Mehrheitsgesellschaft, die es extrem gut geht und extrem selbstzufrieden ist, dann, sagen wir mal, gibt es da Spannung. Und steigt der emotionale Pegel. Ja, und das muss man schon sagen, ich habe das natürlich jetzt nicht statistisch valide erfasst, das sind immer ja nur Einzelne, aber zum Beispiel irgendjemand hat uns nach dieser Ankündigung, dieser Klageabsicht, also uns als GFF jetzt, auch eine E-Mail geschrieben und die Anrede ist, na ihr Arschlöcher, so geht das schon los. Und die E-Mail war gezeichnet mit dem vollen Namen und auch die E-Mail-Adresse war irgendwie name.gmx.de. Und da habe ich erstmal geantwortet, sehr geehrter Herr So und So, wir gehen mal davon aus, irgendjemand hat ihre E-Mail-Adresse gekapert, falls die E-Mail doch von Ihnen sein sollte, gehen wir auch inhaltlich darauf ein. Stunde später Antwort, nein, diese E-Mail ist von mir und wenn Sie sich über die Anrede wundern, dann, und dann kam nochmal so eine Hasspredigt. Das heißt, da hat jemand mit Klarnamen einfach mal eine Straftat begangen, das ist ja eine Beleidigung, muss man mal sagen. Und das quasi auf Nachfrage noch bekräftigt, nach dem Motto, nun habt euch mal nicht so, ja, lasst euch hier mal schön in den Vorgarten pinkeln. Und dann habe ich so ein bisschen nachrecherchiert, der Typ ist promovierter Chemiker, hat dann irgendwie bei AMD in Dresden gearbeitet, die hatten ja mal ein Chipwerk und ist dann offenbar rausgeflogen, jedenfalls sein Xing-Lebenslauf bricht 2007 oder 2008 ab. Also jemand mit hohem Bildungsgrad, aber vermutlich mutmaßlich jetzt niedrigem Einkommen, der irgendwie so ein bisschen sozial abgestürzt ist. Aber das ist anscheinend eher die Ausnahme. Ja, und da schreibt der Spiegel auch noch, nämlich, dass so der Gesamtanteil der Menschen mit einer, sagen wir mal, eher rechten Einstellung oder ausländerfeindlichen Einstellung ist in Gesamtdeutschland, also in der gesamten Bevölkerung zwischen 2008 und 2016, leicht gesunken von 10 auf heute 9 Prozent. Also dieses Lebensgefühl, ich habe hier nichts zu melden, man hört mir nicht zu, ich werde nicht repräsentiert. Genau, aber vieles deutet eben darauf hin, dass diese Menschen, also bei der AfD ihn zu Hause finden, ihn Sprachrohr bieten und das halt sozusagen in diesen Echokammern, auch im Internet, quasi der Ruf verstärkt wird und sie sich halt auch legitimiert fühlen, solche Sachen zu äußern. Genau, weil das ist halt das Normale. Das war für den völlig normal, dass der uns als Gruppe bei der GFF als Arschlöcher betitelt. Und zwar, wie gesagt, auf Nachfrage bekräftigt. Nicht etwa, nein, tut mir leid, das war ein bisschen heftig, aber in der Sache ist es doch so und so. Nee, nee, sondern einfach ganz bewusst. Ich muss mir noch überlegen, ob ich den jetzt anzeige oder nicht. Also jedenfalls, ja, fand ich das schon schockierend. Und klar, Stichwort Echokammern, das haben wir ja in der Lage ja auch schon öfter diskutiert, dieses Phänomen, dass einfach Menschen, wenn sie insbesondere auf Facebook viel unterwegs sind, immer sich zu denselben Themen informieren und Botschaften liken, die so in dieselbe Richtung gehen, also zum Beispiel immer eher rechtslastige Themen liken, dann bekommen sie irgendwann in ihrer Timeline nur noch rechtslastiges Zeug, haben dann auch sehr häufig irgendwann nur noch rechtslastige Freunde. Und in einem solchen Raum wird es dann immer normaler, radikale Dinge zu äußern. Das ist so dieses Phänomen der Echokammern. Und also, wie gesagt, das ist ja immer noch nicht wirklich wissenschaftlich valide belegt, dass es das gibt. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr viel empirische Evidenz dafür. Also quasi Beispiele, an denen man sehen kann, dass das sehr plausibel ist. Und ich finde, das ist schon, Spiegel erklärt das so ganz gut, was für Leute es da geht. Und da zum Beispiel hat auch keine Partei eine Antwort drauf. Ich finde, man muss da unterscheiden. Ich nehme diesen Menschen ab, dass sie wütend sind. Ja, das nehme ich Ihnen ab, weil ich glaube, diese Wut, die man ja auch sieht, wir haben das ja damals auch in der Lage mit diesem Video besprochen, wo diese eine Frau in Dresden auf den SPD-Vizeministerpräsidenten einredete und wir darüber nachgedacht haben, wie geht man damit um. Diese Frau war offensichtlich wütend. Aber die wollte gar nicht mehr reden. Die war so gefallen in ihrer Wut. Ja, aber das ist doch das Prinzip von Wut. Wut entsteht doch, wenn du etwas möchtest, du hast einen Ansinnen und du siehst keinerlei Möglichkeit, Weg, dem irgendwie näher zu kommen. Du fühlst dich machtlos, du fühlst dich ausgeliefert und dann entsteht Wut. Weil du nicht siehst, wie soll ich das erreichen? Und dann bist du in so einer passiven Haltung und fühlst dich ausgeliefert. So wie der Spiegel das schreibt, irgendwer macht irgendwas mit uns. Was ja nicht stimmt. Und du hast für dich als gefühltes Ding keine Möglichkeit, in so einen aktiven Modus reinzukommen. Ich handel, ich ändere was, ich fühle mich besser. Und ich glaube, so wie diese Frau und viele andere und diese Wut, die man ja spürt, das ist ja echte Wut. Der Weg, den wir nicht mehr nachvollziehen können, ist, dass du diese Wut auf andere, Unschuldige lenkst. Insbesondere auf Flüchtlinge, Leute, die hierher kommen, schwächere, keine Ahnung. Das ist dann so eine Reaktion, die finde ich nicht mehr akzeptabel ist. Aber diese Wut dieser Leute und dieses Gefühl, irgendwie kommen wir nicht vor. Werden wir nicht gehört mit unseren Anliegen. Die ist ja da. Und ich glaube, die ist echt. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Jetzt einfach zu sagen, ja, dann machen wir die Grenzen halt dicht, damit ihr sozusagen euer, als direkte Antwort darauf, dann finden wir ja einen anderen Gegenstand ihrer Wut oder eine andere Gruppe, gegen die man sich angänzt. Also ich glaube, dass die Ausländer, weil sie nicht wirklich der Auslöser sind dieser Wut, sondern weil diese Wut eben quasi biografische Gründe hat oder Gründe hat in der Lebenssituation, sind die Ausländer als Hassobjekt ja austauschbar. Ich meine, guck dir die 30er Jahre an, wo sich dann mit einmal der Hass, natürlich getriggert von den Nazis, auf Juden konzentriert hat, die nun wahrlich nichts zu tun hatten mit der Situation der Menschen in Deutschland. Ja, aber ich meine, was die... Ja und nein. Also ich glaube, Wut, also deswegen habe ich das damals auch gesagt, wenn der Minister sich mit der Frau hingesetzt hätte und sie nicht versucht hätte zu überzeugen, sondern einfach gesagt hat, Sie sind wütend? Erzählen Sie mal warum. Schütten Sie mal Ihre Wut vor mir aus. Erzählen Sie mir alles. Und dann wäre die nach einer Stunde, wäre die vielleicht fertig gewesen. In jeder Hinsicht fertig. Ja, weil sie einfach mal ihre Wut abgeladen hat. Und bei jemandem, wo sie das Gefühl hat, da gehört die hin. Und dann hätte man, glaube ich, mit der Frau anders reden können. Das ist eine sehr optimistische Idee. Aber das müsste man probieren. Aber jetzt nur, weißt du, die andere Sache ist, was die AfD macht. Die nimmt diese Wut und nimmt sie als quasi Treibsatz und feuert sie an. Feuert Ängste an, die irrational sind, und die keine rationale Grundlage haben. Die sind aber da und die feuern die an und sagen, so sieht es aus. Die Medien sind schuld an deinem Unglück. Die Politiker sind schuld an deinem Unglück, weil sie dich ignorieren. Die Flüchtlinge sind schuld an deinem Unglück, weil sie kommen hierher und kriegen was, was du nicht kriegst. Ich meine, die Milliarden, die für diese Flüchtlinge ausgegeben werden, das sind ja nicht eine halbe oder zwei Milliarden. Das ist ja richtig valide Kohle. Und ich finde, darüber kann man schon mal reden. Ja, da kann man natürlich drüber reden. Insbesondere kann man natürlich dann auch mal darüber reden, was von der Kohle zurückkommt. Aber das ist ja so, das kann man nicht aufmachen. Aber ich finde da zum Beispiel, da versagen Merkel und auch Schulz zum Beispiel, irgendwie ein Angebot, irgendwie so ein Kompromiss mal oder irgendwie so was darauf einzugehen. Die Frage ist mal klar. Man kann sagen, das ist in der Gesellschaft so, solche Leute gibt es. Und damit müssen wir klarkommen, so wie es halt immer einen Anteil von Rechtsradikalen gibt. Die werden wir nie los. Ist halt so, akzeptieren wir. Gut, kann man natürlich auch sagen. Also man kann sich aber natürlich schon, so weit würde ich mitgehen. Also ich glaube, irgendwie jetzt was gegen Ausländer zu tun, scheint mir nicht die Lösung zu sein, weil die Ausländer als Fokusobjekt des Hasses natürlich völlig austauschbar sind. Also zumal in Sachsen, wo wir das größte Nazi-Problem haben, gibt es praktisch keine Ausländer. Also mal ganz ehrlich, ganz offensichtlich liegt es nicht kausal daran, sondern das ist eben nur die Gruppe, die Minderheit, auf die sich dieser Hass jetzt fokussiert. Und natürlich kann man das auch sehr schön rassistisch aufladen und so. Gut, also an den Ausländern nichts nicht. Wenn man die alle rausschmeißen würde, würde sich diese Gruppe einfach ein neues Hassobjekt suchen. Zum Beispiel Sozialdemokraten, Juden, wer auch sonst einem immer einfällt. Oder EU-Ausländer oder weiß der Himmel was. Also das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Allenfalls könnte man aber darüber nachdenken, aus meiner Sicht, wo denn diese Wut eigentlich herkommt. Und gerade in den neuen Bundesländern hat die in Teilen natürlich auch nachvollziehbare Ursachen. Da hatte der Spiegel auch vor einigen Wochen wirklich mal, fand ich, eine sehr interessante Reportage. Nämlich unter der, also die Überschrift weiß ich nicht mehr, aber im Kern ging es um die Entwertung der Lebensleistung von DDR-Bürgern. Das also, die haben das so festgemacht an dem Beispiel eines Industriebetriebs, der abgewickelt wurde nach der Wende, obwohl der eigentlich super Arbeit gemacht hat. Ich glaube, das war so ein Isolatorenwerk. Ob das so stimmt, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber jedenfalls nach der Wahrnehmung der Belegschaft war es so, dass irgendein böser Westinvestor diesen Betrieb völlig überflüssigerweise platt gemacht hat. Und damit sind natürlich die ganzen Leute arbeitslos geworden, sind dann irgendwie mit 40, 50, 60 in die Frührente gegangen und saßen dann nur noch zu Hause. Und da kann man sich schon vorstellen, Arbeit ist ja nicht nur Geld verdienen, Arbeit ist ja auch identitätsstiftend. Und das heißt, diesen Menschen ist einfach von einem Tag auf den anderen ihre Identität und letztlich auch so ein wesentlicher Teil ihres Lebensinhalts verloren gegangen. Und dass diese Menschen dann einfach, wie es hier auch so schön steht, nicht mit ihrer Lebenssituation unzufrieden sind, sich ohnmächtig fühlen, auch wenn sie wirtschaftlich qua Rente ja vielleicht sogar ganz gut dastehen. Das kann man doch irgendwie nachvollziehen, dass diese Menschen dann vielleicht auch mal wütend sind. Und das ist, denke ich, eine Frage, die sich Politik natürlich stellen muss. Wo kommt diese Wut her? Und inwieweit ist diese Wut möglicherweise auch berechtigt? Und was kann man daraus lernen? Leider kann man, glaube ich, die Fehler der Wendezeit, jetzt Stichwort Rückgabe vor Entschädigung und was da so alles schiefgelaufen ist, das kann man, glaube ich, aus meiner Sicht heute nur noch schwer wiedergutmachen. Das war eben ein einmaliger Vorgang, aber man kann doch versuchen, daraus zu lernen. Ja, und vor allen Dingen diese Leute nicht der AfD zu überlassen, sondern die halt diese Wut nimmt, Öl reingießt und dann irgendwie im Bundestag damit einzieht. Weil die Leute das Gefühl haben, da ist das Ventil. Das ist aber ein Impuls, ein emotionales Ventil, was völlig in die falsche Richtung geht. Und wo diese Angst, die da ist, genommen wird, damit halt so ein paar Rechtsradikale und Rassisten und Halbnazis in den Bundestag einzeln. Genau, also das Thema Angst ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Wut ist der eine Treiber, Angst ist der zweite Treiber. Das, würde ich sagen, sollten wir jetzt nicht noch mal ganz aufmachen. Das Fass, die Angst, haben wir nämlich auch in der Lage schon verschiedentlich diskutiert. Ich erinnere mich noch an einer der allerersten Folgen der Lage ging es um die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Ich glaube, es ist Lage zwei. Und da haben wir nämlich diese Frage, wie kommt es eigentlich zu Angst und wieso wirkt sich Angst, gerade Angst vor sozialem Abstieg, so aus, dass die Leute AfD wählen. Kann man nochmal nachhören. Jetzt habe ich noch einen... Letzter Punkt. Letzter Punkt. Zum Thema Wählen. Briefwahl. Briefwahl. Don't do it. Sagt der Philipp. Steht hier so im Pad und eben dachte ich schon, hallo, was ist das denn hier für ein Slogan? Philipp, mach deinen Punkt. Warum ist Briefwahl böse? Ich finde, also es ist ja so, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht nachgeguckt, aber die Zahl ist schon enorm. Der Brieffehler bei dieser Bundeswehr. So auf 30 Prozent. 30 Prozent wäre jetzt auch meine Zahl gewesen, genau. Habe ich gelesen. Ein Drittel. So, das heißt also, du sagst, ich würde gerne per Brief wählen, dann kriegst du die Briefwahlunterlagen nach Hause, kannst da dein Kreuzchen machen auf den ganz normalen beiden Wahlzetteln, wie in der Kabine auch, stellst dich in den Briefumschlag, schickst du zurück, hast gewählt. So, musst am Sonntag, 24. ja nicht mehr in die Kabine gehen. Ist natürlich bequem, machen natürlich unsere ganzen urban, ja, Hipster, machen das, weil wer weiß, wo ich am 24. bin, vielleicht mache ich einen Fallschirmsprung, vielleicht segle ich, vielleicht bin ich auch in einem Barcamp. Philipp und ich teilen ja diese Passion fürs Paddeln auf der Elbe. Ja, großes Ding. Großes Ding, kann ich nur empfehlen, ist wirklich ganz toll. und ich habe diesen Sommer das noch nicht hingekriegt, fragt sich auch, welcher Sommer. Gibt es ein besseres Wochenende als den 24.? Wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls nächstes Wochenende kann ich nicht, da ist hier in Berlin die Verleihung des Taz-Panther-Preises, für den die GFF nominiert ist, ja. Mit anderen Worten, es bleibt nur noch das Bundestagswahlwochenende, danach ist kalt. So, und mein Argument ist, die Briefwahl sollten die wahrnehmen, für die sie gemacht wurde, nämlich die wirklich nicht in diese Kabine latschen, latschen können. Ältere Leute, Krankenhaus, so. Weil, wenn ich finde, wenn Leute wie wir anfangen, einfach die Briefwahl zu nutzen und am Ende 70 Prozent per Briefwahl wählen, dann glaube ich nämlich, dass dieser Wert, alleine in der Kammer zu stehen und eine freie Entscheidung zu treffen, unbeachtet und unbeobachtet von irgendwem und unbeeinflusst von irgendwem, dieser Wert wird erodieren. Verstehe ich nicht, Philipp. Immer mehr Leute werden sagen, guck mal, immer mehr Leute werden sagen, Oma, komm, da musst du doch nicht hinlatschen. Da machen wir schön Briefwahl. Und dann wählen wir zusammen grün. Und dann wissen wir doch schon, was wir wählen, oder? Und das ist natürlich jetzt auch schon möglich. Aber wenn Oma dann in der Kabine steht, streckt die den Stinkefinger ihren Enkeln entgegen und sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was ihr wählen wollt, aber ich wähle jetzt schön meine CDU. Und das soll so sein. Und das ist gut so. Und ich glaube nämlich, diese Beeinflussung bei Briefwahlen, die ist völlig unkontrollierbar. Das ist natürlich richtig. Und ich finde einfach, dieses Ding, du stehst alleine in der Kabine und es ist garantiert und auch akzeptiert und der Default-Zustand, dass du das Recht hast, in diese Kabine zu gehen und alleine zu entscheiden, was du wählst, den sollte man nicht ohne Not erodieren. Ich verstehe, was du sagst, Philipp. Ich verstehe, was du meinst. Und ich sehe auch, dass diese verstörenden Effekte, diese Manipulationsmöglichkeiten natürlich bei der Wahl nichts zu suchen haben. Und ich sehe auch, dass die Wahl in der Wahlkabine da sicherer ist. Weil natürlich zu Hause irgendwelche Manipulationen nicht ausgeschlossen werden können zunächst mal, jedenfalls nicht aus der Ferne. Aber mal ganz ehrlich, als Wählerin oder als Wähler, kann ich das doch? Ich kann mich doch mit meinen Briefwahlunterlagen in ein Zimmerchen setzen, wo gerade kein anderer ist und ganz frei wählen, so wie ich das eben gerade hatte. Weißt du, das setzt natürlich eine gewisse Willensentscheidung voraus. Ich sehe schon, du sprachst ja eben von Default-Zustand. Klar, im Wahllokal ist es eben der Default-Zustand, dass da niemand zuguckt. Und ich weiß noch, als ich früher Kind war und gerne mit meinen Eltern in die Wahlkabine wollte und mit meinen Großeltern, dass dann die Leute vom Wahlvorstand in meinem Heimatdorf schon so ein bisschen nervös wurden. Das fanden die nicht gut, weil die dann nämlich überlegt haben, darf das überhaupt sein? Aber letztlich hat es da meistens doch geklappt. Dann durfte der kleine Ulf irgendwie für die Oma ein Kreuz wählen, wo Oma das eben gesetzt hat. Was man sich ja vorstellen kann, irgendwie in Niedersachsen auf dem Lande. Aber trotzdem denke ich mal, dass es doch erhebliche Vorteile gibt der Briefwahl, die diese Risiken, die du, glaube ich, völlig zu Recht ansprichst, aufwiegen und aufwiegt. Und dieser Vorteil ist, dass einfach die Wahlbeteiligung steigt, weil es einen ganz nennenswerten Anteil gibt von Leuten, die eigentlich wählen gehen wollen und es dann am Wahltag aus irgendwelchen Gründen verbaseln. Das ist ganz interessant, da gibt es auch Forscher, die sagen, 90 Prozent Wahlbeteiligung ist eigentlich Vollwahlbeteiligung, weil 10 Prozent der Leute aufgrund unvorhergesehener Umstände tatsächlich am Wahltag nicht wählen können. Und wenn die Leute dann aber schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, dann kann quasi nichts mehr anbrennen. Ja, das passiert. Akute Krankheit, familiäre Umstände, Unfälle, weiß der Himmel. Also es gibt offensichtlich tatsächlich, also habe ich noch nicht im Deutschlandfunk gehört, einen Anteil von knapp 10 Prozent an Leuten, die wirklich wählen wollen und es nicht können. Das heißt, wenn also 78 Prozent Wahlbeteiligung sind, dann bedeutet das eigentlich 88 und nur 12 Prozent sind die berühmt-berüchtigte Partei der Nichtwähler, die es ja nicht gibt, weil die durchaus nicht in dieselbe Richtung tendieren, politisch. Insofern glaube ich, ich sehe die Manipulationsmöglichkeiten, aber das hängt letztlich von jedem Wähler und jeder Wählerin ab, da einfach so, nein, ich gehe jetzt in mein Zimmerchen und ich gehe jetzt ins Schlafzimmer und du bleibst jetzt draußen und ich wähle jetzt. Im Übrigen unterschreibt man das ja auch. Man unterschreibt ja auch, dass man frei seinen Willen gebildet und gewählt hat. Es gibt ja beim Briefwählen gibt es ja zwei Umschläge, einen äußeren Umschlag, indem man diese eidesstattliche Versicherung steckt, dass man frei gewählt hat und selbst gekennzeichnet hat. Gut, da ist die Frage so, AGB unterzeichnet und fertig und gut. Natürlich kannst du lügen, völlig klar. Du kannst da lügen, das kann niemand kontrollieren, aber du wirst durch diese Erklärung, die du unterschreibst, doch darauf hingewiesen, dass es dein Recht ist, das jetzt eben selber zu machen und unbeobachtet und so und insofern würde ich mal sagen, ich finde es wichtiger, dass die Leute überhaupt wählen, denn es hindert sie ja niemand daran, auch im Geheimen zu wählen. Ja, okay. Also ich muss sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, wichtiges Argument, da muss man den Leuten halt sagen, wirklich wähl zu Hause und es ist aber auch noch, das muss man auch sagen, es ist halt nicht nachprüfbar. Es ist nicht nachprüfbar. Nee, aber ich meine auch deine Stimmabgabe, wenn du in der Kabine stehst, kann niemand kontrollieren, was du gewählt hast. Wenn du zu Hause wählst, dann kann immer deine Familie, dein Onkel, Opa, Oma, Ehemann, Ehefrau sagen, irgendwie so, zeig mal her. Ja, aber du kannst auch deinen Stimmzettel unmittelbar in den Stimmzettel umstecken. Also, weißt du, und wenn der dann von irgendwie aufgemacht worden ist, dann wird der im Zweifel nicht mitgezählt. Das ist die Stimme ungültig. Also ich sehe da einen Punkt, aber ich glaube, der ist eher theoretisch, ganz ehrlich. Also klar, Witz geben, gerade diesen Fall, den du bildest mit Oma, komm, lass uns mal machen hier, finde ich einen relevanten Aspekt, aber im Kern denke ich, wird der nicht so ins Gewicht fallen. Weißt du, du hast ja völlig recht mit deiner Polemik gegen die Lifestyle-Wähler, denen ist dann letztlich zu unkomfortabel. Das, was ich gesagt habe mit dem Paddeln, war jetzt natürlich auch nur ein Beispiel, warum ich das möglicherweise nicht am Wahltag selber machen könnte. Das war ja wirklich nur jetzt so ein Flux. Aber ich sehe den Punkt, dass es gibt mit Sicherheit Menschen, die aus diesem Grunde dann ihr Wahlrecht nicht ausüben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es viel besser, wenn die das vorher dann wählen. Okay, sicher. Kommen wir, apropos wählen, kommen wir nach Nordkorea. Genau, da kann man nämlich gar nicht wählen, soweit wir wissen. Oder wahrscheinlich so wie in der DDR etwa früher. Keine Ahnung, nein, das war jetzt unsachlich. Wir wissen nämlich nicht, wie man in Nordkorea wählt oder auch nicht. Dafür wissen wir was anderes über Nordkorea, nämlich, dass man dort an der Bombe bastelt. Möglicherweise hat man sogar schon eine Wasserstoffbombe, also eine quasi eine Nuklearwaffe der zweiten Generation. Also die Wasserstoffbombe ist ja eine Atom-, also quasi eine Weiterentwicklung der Atombombe, die nicht auf der Energiegewinnung durch Kernspaltung beruht, sondern durch Kernfusion, was im Grunde der physikalische Prozess ist, der die enormen Energien auch freisetzt, die das Sonnenlicht produzieren. Also die Sonne ist ein großer Fusionsreaktor. Und das macht auch eine Wasserstoffbombe. Das heißt, die ist noch um ein Vielfaches stärker als klassische Atombomben. Und das weiß man oder das fürchtet man, weil a, Nordkorea das gesagt hat und b, auf der ganzen Erde Schockwellen messbar waren von einem mittelschweren Erdbeben, der Stufe 6, irgendwas auf der Richterskala. Und das ist mit konventionellen Sprengstoffen nicht herzustellen so ohne weiteres und auch wohl nur schwer mit einer normalen Atombombe. Also es ist nicht unplausibel, wenn Nordkorea sagt, wir haben jetzt die Wasserstoffbombe und das, Philipp, wäre gruselig. Warum? Das wäre gruselig, weil es natürlich nochmal eine stärkere, viel stärkere Bombe ist, eine viel stärkere Zerstörungskraft hat. Aber es, sagen wir mal so, ich finde, dieser Test und diese Raketentests, die es ja in letzter Zeit auch gegeben hat, wo eine Rakete über Japan geschossen wurde, die dann im Pazifik versunken ist. Aber leer. Aber leer. Das war quasi nur so ein Muskelspiel. Das war ein Muskelspiel. Aber wir müssen doch jetzt mal festhalten, Nordkorea ist eine Atommacht. Ja, Nordkorea ist eine Atommacht und sie sind eine Macht, die über Raketen verteilt wird. Raketen verteilt wird. So, und die Frage ist jetzt noch, kriegen sie diese Atombomben, die sie haben, so klein und so robust, dass die auf diese Raketen passen? Ja. Robust ist übrigens ein großer Punkt. Weil das Ding irgendwie quasi in ins All geschossen wird und dann wieder zurückfällt auf die Erde und dabei ordentlich durchgerüttelt wird und es auch wahnsinnig heiß wird. Das haben Philipp und ich ja mal erlebt, als wir zusammen in Cape Canaveral waren. Das war noch bevor die Lage angefangen hat. Kurz bevor wir angefangen haben mit der Lage, waren wir beiden mal ein paar Tage in Florida, wo jetzt gerade der Wirbelschum Ilma wütet und ich nämlich an der Reise gewonnen habe. Du hast einen Parabelflug gemacht, den habe ich ja nicht gemacht. Den hast du nicht gemacht? Nein, aber wir haben doch in Cape Canaveral diese ganzen Filme gesehen mit diesen Vibrationen. Genau. Jedenfalls, also das sind zwei Fragen und die andere Frage ist, wann haben Sie eine Rakete, die wirklich so weit fliegt, dass sie die amerikanische Westküste erreicht? Und diese beiden Fragen, die scheinen nur Frage der Zeit zu sein. Also Sie werden diese Miniaturisierung irgendwie hinkriegen, vielleicht in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Sie werden auch aller Wahrscheinlichkeit nach einer Rakete bauen, die so weit fliegt. Und jetzt ist halt die große Frage, wie geht man damit um? Ja, San Francisco, schön war es. Keiner weiß es genau. So, keiner weiß es genau. Riesen, riesen Durcheinander, riesen Rätselraten. Ich glaube, dass vieles darauf hinläuft, dass auch die USA sagen, wir müssen uns damit abfinden, dass wir eine, ich glaube, achte Atommacht haben auf der Welt und diese Raketen, also so diese Option zurück auf null, die gibt es nicht mehr. Also du wirst Nordkorea nicht dazu bewegen, diese Atomwaffen wieder abzuschaffen, sondern ich glaube, Also jedenfalls nicht mit friedlichen Mitteln. Nicht mit friedlichen Mitteln, sondern sie werden sagen, okay, die haben wir jetzt, die behalten wir, okay, und da gliedern wir uns dann vielleicht in irgendeine Abmachung ein oder, 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 aber wir werden diese nicht abgeben, weil ich glaube, dieses Regime hat verstanden, ohne nur diese Atomwaffen sorgen dafür, dass wir Bestand haben, dass wir überleben als Regime. Man muss natürlich sehen, dass die, dass die Situation jetzt auf der anderen Seite auch extrem reizvoll ist für zum Beispiel die Vereinigten Staaten, um einen Regime-Change in Nordkorea jetzt möglichst schneller beizuführen und zwar aus einem einfachen Grund. Jetzt sind sie quasi an der Schwelle zu einer Atommacht, wenn sie erstmal eine sind und wenn es ihnen dann noch in einem weiteren Schritt gelingt, Nuklearwaffen auf U-Booten zu platzieren, sind sie endgültig nicht mehr zu bremsen. Das muss man ja sehen, solange es noch um quasi in Nordkorea an Land basierte Atomwaffen geht, gibt es zumindest noch eine theoretische Chance bei guter Aufklärungsarbeit, die quasi in einem Präventivschlag zu vernichten. Das ist natürlich extrem hoch gepokert, wenn einem da eine Raketenbasis entgeht, dann könnten die quasi zum Gegenschlag ausholen. Aber solange sie eben keine sehgestützten Nuklearwaffen haben, gibt es jedenfalls theoretisch noch kein Gleichgewicht der Abschreckung. Theoretisch könnten die USA zur Zeit vermutlich noch Nordkorea auslöschen. Würde das dann atomar machen? Also mit konventionellen Waffen würde das ja bedeuten, sie müssen diese ganzen Raketen potenziell mit Atom bestückt mit einem Schlag auslöschen, die irgendwo in Nordkorea versteckt sind, wo sie vielleicht nicht alle Verstecke auch kennen. Irgendwie heißt es, sagt die New York Times, die haben da kaum Agenten, die wissen relativ wenig darüber. Agenten schleust da mal Agenten ein. Also die wissen relativ wenig darüber, wo diese ganzen Silos sind, wo die alle versteckt sind. So und wenn du eine davon übersiehst, hast du den Salat. Plus, dass halt Seul, also Südkorea, nur ein paar Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt ist, wo halt wohl eine ganze Batterie von Artillerie steht von konventionellen Waffen. Das ist das ganz große Problem, dass ein konventioneller Gegenschlag gegen Südkorea droht. Das wäre natürlich eine sehr realistische Gefahr. Und es ist, also wie gesagt, ich bin viel zu wenig Militärtechniker, um zu sagen, das müssten sie jetzt machen. Ich weiß nur, das geht auf Berichte in den New York Times zurück, dass es da innerhalb der US-Führung zurzeit Diskussionen gibt um die Frage, ist es so eine Art, so ein Fall von jetzt oder nie oder ist es jetzt eigentlich schon zu spät? Natürlich kann man jetzt auch aus Sicht der Vereinigten Staaten nicht einfach so einmarschieren. Natürlich bräuchte man irgendeinen Vorwand, aber da könnte man sich ja vorstellen, dass die Krise irgendwie eskaliert. Ja, aber... Und man braucht die Chinesen. Die Chinesen sind ja de facto so eine Art Schutzmacht für Nordkorea, sind aber zum Teilen auch massiv verstört darüber, dass Nordkorea eben diese diplomatische Krise mit diesen Muskelspielen gegenüber Japan zum Beispiel so eskaliert hat. Letztlich, wenn man freie Hand... Letztlich bräuchten die USA natürlich freie Hand von China, um tatsächlich gegenüber Nordkorea intervenieren zu können. Ja, aber die Frage ist doch auch, was immer alle sagen, ja, aber wenn das nordkoreanische Regime denn nur überleben will, dann wäre es doch Wahnsinn, irgendjemanden anzugreifen. Warum sollten die das tun? Weil die Antwort immer die Auslöschung wäre. Genau. Das kann man im Grunde nur hoffen, so eine Art Überlebensinstinkt. Ja. Weil sobald die Seoul angreifen oder irgendwo auch eine Atombombe... Oder auch nur die Grenze verletzen. Oder die Grenze verletzen. Oder eine Atombombe irgendwo abwerfen. Ja. Oder irgendwie San Francisco mit einer Atomrakete beschießen. Dann wäre es das mit dem Problem. Dann wäre es das natürlich gewesen, ja. Also das hat mir bisher noch nicht so richtig jemand beantworten können. Ja. Wenn die denn so rational sind und wenn es denen denn wirklich nur so ums Überleben geht, warum sollten die dieses Risiko eingehen? Das kann man eigentlich nur hoffen. Ich frage mich, also soweit ich das wahrnehme, das geht jetzt zurück auf eine Reihe von Berichten in der New York Times, ist es halt einfach so, dass die Vereinigten Staaten oder jeweils viele in der derzeitigen Administration es als große Gefahr wahrnehmen, dass man eben diese Rationalität in Pyongyang nicht sieht. Vor allen Dingen, wenn die mal einen anderen Führer bekommen. Also jetzt ist es der und dem kann man vielleicht unterstellen, dem geht es ums Überleben. Das ist ein Kleptokrat, der will reich werden und seinen Lebensstil fördern und diese Macht genießen, die er da hat, aber er will nicht irgendwie dahin gerafft werden. Soweit wir wissen, ja. Soweit wir wissen. Aber wenn dieses System einmal da ist und da kommt, wer weiß, wer an die macht, dann mag die Sache schon wieder ganz anders aussehen. Also jedenfalls ist das ein Thema, das uns, glaube ich, in der Lage auch noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und ich persönlich, also wie gesagt, Außenpolitik ist vielleicht generell auch nicht unser ganz großer Schwerpunkt. Da haben wir übrigens so ein paar schöne Ideen, wie wir das ausbauen wollen. In nächster Zeit können wir noch nicht vorstellen, aber nur so als Hinweis, wollen wir was dran tun. Aber auch wenn das nicht unser Schwerpunkt ist, glaube ich, sollten wir da am Ball bleiben. Und mir persönlich fällt einfach in dieser verfahrenen Situation auch nicht an, was man da tun könnte. Wie da wieder ein Ausweg, eine Entspannung der Situation aussehen könnte, ich weiß es auch nicht. Wir haben in der Sommerpause einen Mobilitätsfonds begrüßen dürfen. Das ist die offizielle Antwort und ein Teil der Antwort der Bundesregierung auf diesen Dieselbetrug der gesamten deutschen Autoindustrie. Genau, den hat Philipp ja sehr intensiv beruflich begleitet für den Deutschlandfunk und auch immer wieder hier in der Lage vorgestellt. Unter anderem ja auch Interviews mit Vertretern der Deutschen Umwelthilfe. Und die Antwort von Angela Merkel darauf war ein Dieselgipfel im Kanzleramt. Sie hat sich getroffen, unter anderem mit Vertretern der deutschen Automobilindustrie, um möglicherweise eine Lösung zu finden, wie die Schadstoffbelastung insbesondere in den Innenstädten sinken kann. Denn in den Innenstädten drohen Fahrverbote. Die Deutsche Umwelthilfe, aber auch andere Klägerinnen und Kläger klagen nämlich gegen verschiedene Städte, weil die Städte verpflichtet werden sollen, die Emissionsgrenzwerte, insbesondere glaube ich bei Feinstaub und bei Stickoxiden einzuhalten. Und das ist jedenfalls bei dem derzeitigen Verkehr und bei den derzeitigen Emissionen nicht gegeben. Kaum möglich. Also die EU hat konkrete Vorgaben gemacht und die müssen jetzt durchgesetzt werden und das passiert irgendwie nicht. Deswegen klagen die. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das hin? Also Feinstaub ist, glaube ich, krebserregend, wenn das halt in die Lunge geht. Stickoxide sind auch für Asthmatiker ein Riesenproblem und so. Also das ist eine ernsthafte Gesundheit. Einfach total ungesund. Ungesund. Und wirklich gibt es auch, glaube ich, einige tausend Tote jedes Jahr zu beklagen aufgrund Stickoxide etc. Jedenfalls, das sollen die Städte jetzt halt durchsetzen und einige Gerichte haben auch schon angedeutet, möglicherweise dürfen und müssen Städte Fahrverbote für Dieselautos in den Innenstädten verhängen. Und das macht der Autoindustrie extreme Sorgen, weil das natürlich, weil Dieselautos damit unbrauchbar würden, mehr oder weniger, weil man halt nicht mehr in Städte mit ihnen fahren kann. Das macht nicht so viel Sinn. Das macht dann irgendwie nicht so viel Sinn und da sind sozusagen diese Androhungen, hat ja auch Axel Friedrich im Sommerinterview gesagt, diese Androhungen der Städte, da die Fahrverbote zu verhängen, die hat der Automobilindustrie echt viel Angst gemacht. Und die Antwort von Angela Merkel war jetzt, ja, wir müssen unbedingt Fahrverbote vermeiden. glaube ich, will auch Martin Schulz und die Autoindustrie sowieso und Antwort war, wir gründen einen Mobilitätsfonds. Das bedeutet, wir tun halt da einen Topf hinstellen, da tun wir Geld rein. Erst waren es, glaube ich, eine halbe Milliarde, von denen 250 Millionen von der Autoindustrie kommen sollten und 250 vom Steuerzahler. Das ist jetzt nicht so irre viel. Genau, deswegen hat jetzt Merkel gesagt, da machen wir doch eine Milliarde draus, aber die Autoindustrie stand heute, glaube ich, zahlt immer nur noch 250 Millionen, was ein absoluter Witz ist. Und die Süddeutsche hat halt auch mal nachgeguckt, ja, was kann man denn so damit eine Milliarde eigentlich in Städten, in Kommunen eigentlich machen, um diese Feinstaub- und Stickoxidbelastung zu reduzieren. Und siehe da, Milliarde ist da eher so ein Witz. Also, beispielsweise könnte man sagen, ein, wir rüsten zum Beispiel, also Kommunen haben ja auch Autos, wie zum Beispiel Busse. Ja, kann man ja auch sagen, so ein Gelenkbus, so ein Dieselbus kostet 350.000, Euro, dasselbe Ding mit Elektroantrieb kostet irgendwie doppelt so viel, 700.000, ja, kannst du für eine Milliarde 1.500 Busse kaufen, bei 36.000 Linienbussen im Nahverkehr bundesweit, bei 36.000 sind 1.500 neue Busse, Elektroantrieb eigentlich nicht so wahnsinnig viel wert. Speziell, wenn dann noch die Ladeinfrastruktur dazukommen muss, für die Hamburg alleine 400 Millionen Euro veranschlagt. Hamburg alleine 400 Millionen. Also, so Stichwort Umrüsten der Busse auf Elektro, kannst du damit nicht machen, dann kannst du sagen, ja gut, wir müssen vielleicht nicht umrüsten, aber wir können ja die Busse nachrüsten, wir können sie ja ein bisschen besser technisch aufrüsten, machen sie vielleicht nicht zu Elektro, aber irgendwie ein bisschen weniger Ausstoß. da kostet so eine Umrüstung wohl 15.000, kannst du dann 60.000 Fahrzeuge mit umrüsten, aber so richtig bringt es das halt auch nicht, zumal die halt nicht lange in Betrieb sind, die acht Jahre irgendwie, diese Busse, die sortieren sich dann irgendwann von selber aus, da kannst du auch nicht mit viel reißen. Mit anderen Worten, das ist jetzt letztlich nur so eine Art Wahlkampf-Message. Ich glaube, das ist totale Augenwischerei. Die ganze Diskussion geht jetzt darum, ja, Mobilitätsfonds und wie machen wir das denn jetzt und ist das nicht toll und eine Milliarde, das ist schön, den Kommunen Geld zu geben, damit sie wie ihre Infrastruktur verbessern und weniger umweltschädlich machen, aber der Kern der Diskussion ist, diese ganzen sechs, sieben, acht Millionen Dieselfahrzeuge, die in Deutschland auf den Straßen rumfahren und gesetzliche Grenzwerte nicht einhalten, weil die Autoindustrie betrogen hat, die müssen nicht, wie die Autoindustrie das vorschlägt, irgendwie nachgebessert werden, nur per Software-Update, sondern sie müssen umgerüstet werden. Genau, denn der Hintergrund ist da wiederum, dass diese Software-Updates also je nach Rechnung maximal 10 bis 15 Prozent Emissionsreduktion bringen, aber die Grenzwerte werden je nach Fahrzeug teilweise um das Zehnfache und noch mehr überschritten. Also das bringt einfach nichts. Das bringt einfach nichts. Und so eine Umrüstung kostet irgendwie 1.000, 1.500 Euro pro Auto, das wollen die natürlich nicht. Verständlich. Weil es halt je nach Rechnung 10, 12, 13, 14 Milliarden Euro kostet. Also wirklich eine signifikante Summe, mehr als diese 250 Millionen, die sie da jetzt in diesen Topf geworfen haben. Und da ist die Diskussion sicher noch nicht beendet, aber wir diskutieren nicht mehr drüber. Das ist einfach auch im Wahlkampf kein Thema, nicht so richtig. Und deswegen ist das Augenwischerei. Ja, Punkt. 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 Und um noch so ein paar Zahlen quasi ins Spiel zu bringen, um das ein bisschen plastischer zu machen, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob wir da mit 6, 7, 8 Millionen Fahrzeugen überhaupt auskommen. Also ich habe mal die Statistiken nachgeschaut vom Kraftfahrtbundesamt. Zum Jahresanfang 2017 hatten wir 45 Millionen Pkw alleine. Dazu kommen noch Nutzfahrzeuge, das sind ja noch viel mehr Diesel. Aber allein 45 Millionen Pkw, davon waren 32,9 Prozent Diesel. Das sind fast 15 Millionen Pkw. Ja, aber nicht alle davon verstoßen die gegen die Abgasnormen. Weil also ältere Diesel, glaube ich, also weißt du, es geht ja dann bei der Nachrüstung vor allen Dingen um diese Abgasnormen Euro 5 und Euro 6. Ja, aber ältere Diesel halten doch nur ab Euro 2 ein oder noch weniger. Ja, genau. Aber da glaube ich, gut, da kannst du natürlich auch verlangen, die müssen auch umgerüstet werden. So, da weiß ich aber nicht, ob das technisch geht. Ja, aber aus der Perspektive Feinstaub, aus der Perspektive Stickoxide sind das doch die schlimmsten Stinker. Mag sein, möglicherweise kann man an denen gar nichts mehr machen, aber dann muss man sich ja auch Gedanken machen, wie bekommt man die denn als Stinker von der Straße? Genau. Dann muss man da möglicherweise nicht nur nachrüsten, sondern da müssen dann vielleicht sogar Abwrackprämien her, um die von der Straße zu holen. Denn ein, so ein alter Stinker ist ja möglicherweise genauso giftig wie, ich weiß nicht, vier oder fünf, ich sage jetzt mal, weniger schlimme, moderne Stinker. Auf jeden Fall. Also ich habe auch neulich war ich auf so einer Tagung, da ging es halt darum, wie kommt man eigentlich diese Autos aus der Stadt? Weil das will man ja eigentlich. Das will man ja eigentlich. Du willst ja eigentlich weniger Autos in der Stadt und die, die noch fahren, sollen natürlich die Grenzwerte einhalten. Aber eigentlich geht es nur alleine mit saubereren Autos wird es im Grunde nicht gehen. Das war im Grunde mein Punkt eben, es sind zu viele Autos, davon sind auch zu viele Diesel und da sind wahnsinnig viele ganz alte Autos dabei, die man mit von Tretbarm auffahren nicht mehr sauber kriegt. Genau. Und das Umweltbundesamt hat vor kurzem so eine Tagung gemacht und die haben da ein paar Zahlen präsentiert, wie kriegen wir die Autos raus aus den Städten? Was muss man dafür tun und wie kann man das finanzieren? Und da wurde von einem Experten vom Umweltbundesamt, Martin Schmidt, gesagt, also so ein Zielwert sind 150 Autos pro 1000 Einwohner. Wie kommt er da drauf? Hat er so errechnet, um quasi zu sagen, also 150 Autos, wir haben da auch einen kleinen O-Ton, in dem er das so ein bisschen erklärt, sei so die Grenze, wo man eben keine öffentlichen Parkplätze mehr braucht und wo man halt die Chemie, die Stickoxide und die Belastung unter die Grenzwerte runterkriegt. 150 Autos pro 1000 Einwohner, München hat 450 aktuell, Berlin 330. Das heißt also, über eine Halbierung müsste her. Ja, wobei man natürlich schon ehrlich sagen muss, also eine Halbierung ist jetzt nicht irgendwie, wir müssen auch 10 Prozent runter. Das ist natürlich engagiert, das ist ambitioniert, aber das ist schon noch realistisch, das ist schon noch machbar. Und er sagt auf die Frage, wie kann man das machen? In Zürich ist massiv die S-Bahn ausgebaut worden. Dadurch ist jetzt in den letzten Jahren der Teil derer, die tatsächlich mit der S-Bahn fahren, stark gestiegen. Die Fahrgäste sind total stark angewachsen, während die, die den Pkw nutzen, eher rückläufig sind. Daran morgens sind, die sind in Vorleistung gegangen, die haben wirklich eine Angebotsplanung gemacht. Wenn die Leute ein gutes Angebot haben, dann verzichten die auch auf ein Auto. So, also da ist die Ansage, ÖPNV, öffentlichen Personalverkehr, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, ausbauen, Radwege bauen, dann steigen die Leute um. So, man kann sie nicht zwingen, aber das finde ich sinnvoll. So, da kann man jetzt sagen, ja, in die Richtung geht ja der Mobilitätsfonds. Ja, dass man sagt, die Regierung gibt den Kommunen Geld, um ihre Infrastruktur irgendwie auszubauen? Eine Milliarde. Eine Milliarde, genau. Und das ist die Frage, habe ich ihn auch gefragt, wie viel Geld bräuchte man? Wie kann man das finanzieren? Eine Milliarde reicht da definitiv nicht aus. Seine Antwort? Wir haben in Deutschland umweltschädliche Subventionen im Verkehr, die den Betrag von 28 Milliarden Euro pro Jahr übersteigen. 28 Milliarden Euro. Wir haben gleichzeitig eben auch dagegen zahlen, was ein hochqualitativer ÖPNV kosten würde. Das sind 11 Milliarden. Daran sieht man, würden wir die umweltschädlichen Subventionen wie Gieselsteuerprivileg oder auch Dienstwagenprivileg abschaffen. Dann hätten wir eben auch das Geld, tatsächlich den ÖPNV auszubauen. So, denke mal mit anderen Worten, es ist nicht unbezahlbar, es ist politisch nicht gewollt. So einfach ist das. Also natürlich ist das jetzt etwas simplifiziert. Natürlich kann man so einen, wie soll ich sagen, so einen Systemwandel vom Individuatverkehr hin zum öffentlichen Personennahverkehr jetzt nicht über Nacht vollziehen, sondern da muss man natürlich Übergänge schaffen, da die Menschen haben möglicherweise auch viel Geld investiert in Infrastruktur, in ein Fahrzeug, in eine Tiefgarage, was auch immer. Also man muss da sicherlich ein Übergangsmodell schaffen. Aber die entscheidende Erkenntnis, denke ich, aus diesen Dingen ist, es ist nicht etwa unfinanzierbar oder undenkbar. Es ist schlicht und ergreifend in Deutschland politisch nicht gewollt. Ja, und ich sage, es ist ja auch nicht mit Zwang, das Modell, was er vorschlägt, ist ja nicht mit Zwang, so erstmal, sondern man sagt, wir machen halt ein super Fahrradwege, wir machen super S-Bahnen, Straßenbahnen, Busse, ja, die im Idealfall dann noch nicht mit Diesel, sondern irgendwie Elektro oder Hybrid, so, und dann fangen die Leute an, von alleine umzusteigen und überlegen sich von alleine, ob sie noch ein Auto brauchen, ein neues Auto brauchen, etc., sodass man ihnen da nichts wegnehmen muss. Ja, also das fände ich schon irgendwie ganz überzeugend. Übrigens das auch noch, Axel Friedrich habe ich gefragt, was würden Sie denn heute für ein Auto kaufen? Also diesen Experten von der Deutschen Umwelthilfe. Aus dem Sommerinterview. Aus dem Sommerinterview habe ich gefragt, was würden Sie jetzt für ein Auto kaufen? So, würden Sie so ein Tesla, so ein Vollelektro-Ding, sagt er, no way. Die Dinger verbrauchen bei der Akkuproduktion so dermaßen viel CO2, die sie auspusten, dass da ein normales Auto fünf, sechs, sieben, acht Jahre fahren muss, um überhaupt so viel CO2 auszustoßen, um auf diesen Rucksack zu kommen, mit dem so ein Tesla oder sowas schon auf die Straße geht bei der Erstzulassung. Nur ganz kurz, um das nochmal einmal zu verdeutlichen, es geht eben bei der Gesamt-CO2-Bilanz eines Fahrzeugs nicht nur um die Emissionen, die natürlich bei einem Elektroauto null sind, sondern es geht da um die Emissionen, die verbraucht werden, um das Auto überhaupt herzustellen. Und das ist im Prinzip genau dasselbe wie bei Atomkraftwerken. Bei Atomkraftwerken hat man gesagt, na, die produzieren kein CO2. Das stimmt auch bei der Produktion von Strom. Aber um dieses Atomkraftwerk zu bauen, um die nuklearen Brennstoffe zu produzieren und um das hinterher wieder abzureißen, wird so viel CO2 in die Umwelt abgegeben, dass selbst die CO2-Bilanz von Atomkraftwerken, je nachdem wie man rechnet, nicht mehr deutlich besser ist als bei Kohlekraftwerken. Ja, und plus, wo du sagst, null Emissionen, natürlich hängt das vom Strom ab. Wenn der Strom natürlich 100% Öko ist, dann mag das stimmen. Aber ist er halt nicht in Deutschland. Auch das nicht. Ein Drittel Öko, der Rest ist halt Kohle und, ja, vor allen Dingen Kohle und Gas. Und da meint er also das nicht. Wenn überhaupt, macht Elektro, meint er, nur bei ganz kleinen Wagen Sinn, weil die sonst so schwer sind, dass sie einfach so wahnsinnig viel Energie verbrauchen, dass diese Bilanz einfach nicht aufgeht. Sein Tipp war Toyota Prius. Neues, neuer Toyota Prius, ein Hybrid. Meint er, ist auf der Straße durchgetestet. Dreieinhalb Liter Benzin pro 100 Kilometer weiter. Das wäre jetzt das Auto, was man kaufen soll. Kann ich übrigens aus den USA nur empfehlen. Ich bin da, wenn ich da in den letzten zwei, drei Jahren unterwegs war, ohne Ende Toyota Prius gefahren, weil das nämlich das Standardauto ist bei Taxifahrern und bei Uber-Drivern und Lyft-Drivern. Die haben alle so ein Auto. Und das ist schon ganz bemerkenswert, wie gut dieser Hybridantrieb funktioniert. Also im Normalbetrieb, gerade so Stop and Go, wo Benziner ja unfassbar viel Sprit verbrauchen, teilweise zehn Meter und mehr, da hörst du die nur lange dieses Schnurren. Und erst, wenn es wirklich schneller wird, wenn die auf die Autobahn fahren oder so, oder auf längeren Strecken generell, da wird dann der Benzin ja zugeschaltet. Wunderbar. Lass uns die IA, machen wir nächste Woche. Genau, aber wolltest du dir den Marktplatz ansprechen, machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche, passt alles besser. Dann haben wir noch einen Blog, der im weitesten Sinne ein Feedback-Blog ist. Stichwort Hamburg und G20. Wir haben ja uns in die Sommerpause verabschiedet und dann doch noch eine kurze Sonderfolge zu G20 nachgeschoben. Oder nicht kurz, aber kurzfristig eine Sonderfolge zum G20-Gipfel in Hamburg und den dortigen gewalttätigen Ausschreitungen nachgeschoben. Da gab es sehr viel positives Feedback. Darüber haben wir uns gefreut. Denn das war natürlich schon so ein bisschen Mühe, so im Urlaub sich nochmal zusammen zu telefonieren. Insofern vielen, vielen Dank, dass es euch gefallen hat. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch schon quasi Angebote für zukünftige Mitarbeiter, gerade aufgrund dieser Folge. Das hat uns sehr gefreut. Aber einige wenige, gerade zum Beispiel auf Facebook, fanden uns zu links. Ja, das war so, der Vorwurf war, das sei eine ganz linke Folge gewesen, politisch viel zu links. Und das ist ein Feedback, das uns insofern freut, als ich es immer gut finde, wenn die Menschen uns sagen, was sie stört. Nur das ermöglicht es uns, gut zu werden. Und ich habe dann natürlich, oder noch besser zu werden. Und da habe ich dann darüber nachgedacht, ob denn das eigentlich stimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht erkennen, warum es nun spezifisch links sein soll, unbegründete Polizeigewalt oder eine verfehlte Polizeitaktik zu kritisieren. Also das passt für mich nicht in ein Links-Rechts-Schema. Also jedenfalls nicht so, wie es sein sollte. Es ist sicherlich so, dass rechte Parteien in Deutschland, gerade auch die Union zum Beispiel, in der Tendenz Fehler bei der Polizei eher nicht so gravierend finden. Ich glaube, das kann man sagen, ohne der Union zu nahe zu treten. Sie würden dann vielleicht nicht sagen, wir finden Fehler bei der Polizei nicht gravierend, sondern sie würden dann sagen, die Polizei macht schon erst keine Fehler. Also das ist, glaube ich, richtig. Insofern das gegenwärtige Rechts-Links-Schema in Deutschland lässt vielleicht schon diesen Schluss zu, dass es irgendwie links ist, bei der Polizei kritischer hinzublicken. Aber ich finde, eigentlich hat das mit links überhaupt nichts zu tun. Sondern das ist, aus meiner Sicht, ist es einfach schlicht eine Frage der Demokratie, dass die Polizei sich an Recht und Gesetz halten muss. Und dass man natürlich auch in einer Demokratie darüber nachdenken muss, ob eine verfehlte Polizeitaktik zur Eskalation beiträgt. Aus meiner Sicht ist das im Grunde so eine Art Verfassungspatriotismus. Zu sagen, die Grundrechte soll die Polizei schützen. Und wenn sie das nicht tut, dann muss man sich eben fragen, woran liegt denn das eigentlich? Und mal ganz ehrlich, den Blick davor zu verschließen, wenn die Polizei das nicht tut, das hilft nun wirklich niemandem. Denn ich glaube, selbst der Polizei bringt es nichts, weil die natürlich auch davon abhängig ist, dass konkrete Fehler benannt werden. Und denn nur so kann sie besser werden. Also um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, ich habe nicht das geringste Problem mit der Polizei. Im Gegenteil, ich finde die Polizei ist absolut notwendig. Wir brauchen eine gut ausgebildete, starke Polizei, die das Gewaltmonopol verantwortungsbewusst aussieht. Das ist völlig klar. Ja, also sollte das für irgendwen in Zweifel gestanden haben. Und ich habe in meiner täglichen Arbeit ja in Moabit, jetzt bin ich da ja gerade nicht, mit Polizeibeamten ohne Ende zu tun gehabt. Da gibt es Brillante und Leute, bei denen man den Kopf schüttelt und alles dazwischen. Also insofern, ich habe überhaupt kein Problem mit der Polizei. Ich finde nur, sie muss sich an Recht und Gesetz halten. Und das ist in Hamburg nicht immer passiert. Und ja, zweiter Vorwurf war, wir haben ganz anders berichtet als die anderen Medien. Und da würde ich sagen, und zwar in dem Sinne, ihr habt so viel geschaut, was bei der Polizei schiefgelaufen ist und ihr habt nicht genügend über die Krawalle berichtet. Und ich würde sagen, der zweite Punkt, wir haben nicht genügend über die Krawalle berichtet, glaube ich nicht. Wir haben schon auch, wir haben die Molotow-Cocktails erwähnt, die sich zum Beispiel im Nachhinein auch als Fake News herausstellten. Aber wir haben davon gesprochen, als es noch so quasi der Stand der Dinge war. Wir haben sicherlich mehr, habe ich ja gerade auch schon gesagt, den Wert gelegt auf diese, auf Fehler bei der Polizei. Wir haben dazu sehr viel auf Twitter recherchiert. Und deswegen haben wir diese Dinge früher diskutiert als die ARD oder andere Medien. Das stimmt. Aber wenn man mal genauer hinguckt, heute nehmen die Polizeifehler auch in den öffentlich-rechtlichen Medien sehr breiten Raum ein. Also zum Beispiel gerade vor zwei Tagen lief im Deutschlandfunk ein Hintergrund. Ja, wir verlinken den mal in den Shownotes. Disclaimer, der ist unter anderem mitverfasst von einem alten Kumpel von Philipp aus Jugendtagen. Und die Mitautorin wiederum ist eine Freundin von mir. Insofern bin ich sicherlich gegenüber den beiden Autoren nicht ganz neutral. Aber ich denke, dieser oder wir jeweils. Aber dieser Hintergrund beschäftigt sich eben auch ganz breit damit, wie jetzt dieser G20-Gipfel aufgearbeitet wird in Hamburg. Und dass es da in der Bürgerschaft natürlich ganz breit darum geht, was bei der Polizei schief gelaufen ist. Insofern würde ich nicht sagen, wir waren da irgendwie nicht neutral, sondern wir waren da, nehme ich mal für uns in Anspruch, so ein bisschen auch unserer Zeit voraus. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob man an die Polizei höhere Maßstäbe anlegen muss als an Demonstranten. Ja, natürlich. Muss man schon, ne? Natürlich, natürlich. Weil die haben das Gewaltmonopol, die sind auch viel stärker als Demonstranten. Also, weißt du, der Punkt ist da, warum ist das eigentlich so? Über diese Frage habe ich natürlich schon oft nachgedacht. Natürlich ist Gewalt immer falsch. Ja, das ist völlig klar. Also, wir hatten da schon Leute, die sind einfach hingefahren, um da Hooligans quasi. Ja, natürlich. Das ist grundfalsch, verwerflich, strafbar und muss verfolgt werden. Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Ich finde nur, aus der politischen Perspektive ist es viel spannender zu gucken, warum ist jetzt auch bei der Polizei was falsch gelaufen? Weil man die beeinflussen kann. Das sind ja letztlich unsere Vertreter. Die bezahlen wir mit unseren Steuergeldern. Für die machen wir Gesetze. Für die schreibt hoffentlich unsere Innenverwaltung irgendwelche Verordnungen und Richtlinien und Dienstanweisungen, damit die sich vernünftig verhalten. Die Polizei kannst du relativ gut steuern, Demonstranten letztlich halt nicht. Ja, und das ist die Frage. Also, das würde ich sagen. Also, ich habe eher so was in so einem Bild im Kopf von quasi dem Rechtsstaat und der Polizei konkreter als so eine Art Infrastruktur von Demonstrationen. Und die gilt es zu beeinflussen. Denn ich finde, die Demonstranten und was die Demonstranten machen, kann man sehr wohl beeinflussen. Nämlich unter anderem durch eine kluge Polizeitraktik. Das hat man an vielen Stellen gesehen. Also, nimm den 1. Mai. Ja, das hatten wir ja auch schon vielfach. Also, und ich finde, da muss man die Latte hinlegen. Da weiß man, man weiß, wie Polizei auch den Verlauf solcher Versammlungen von offensichtlich extrem gewaltbereiten von Hooligans beeinflussen kann. Und ja, plus dann darüber noch Fehler begeht und sich rechtswidrig verhält, das ist dann nochmal klar. Aber nochmal zu gucken, dass die das Gewaltmonopol haben und dass sie erheblichen Einfluss darauf haben, wie so eine Versammlung, Demonstrationen von Hooligans letztlich verläuft. Und deswegen muss man da, finde ich, ist es schon legitim, da genauer hinzugucken. Ja, und ich meine, man muss ja auch sehen, dass natürlich, wie gesagt, Gewalttaten bei Demonstrationen überhaupt nicht gehen. Aber Demonstrationen als solche sind ja nichts störendes. Im Gegenteil, Demonstrationen sind als solche quasi demokratische Äußerungen von Verfassungsrang. Ja, wir haben einen eigenen Artikel im Grundgesetz, der garantiert eben die Demonstrationsfreiheit. Und das, denke ich, ist auch ein Aspekt, den man nicht aus dem Blick verlieren darf. Die Polizei ist nicht nur dazu da, Straftaten zu verhindern, die ist auch dazu da, oder generell die öffentliche Gewalt ist auch dazu da, Demonstrationen zu ermöglichen, ganz aktiv zu ermöglichen. Und auch aus dieser Perspektive muss man sich eben fragen, ob in Hamburg alles richtig gelaufen ist. Stichwort Demo-freie Zone von, ich glaube, 38 Quadratkilometern. So viel vielleicht dazu, aber trotzdem vielen Dank für das Feedback. Ich hoffe, das ist so ein bisschen transparent geworden. Mit rechts, links hat das aus meiner Sicht nichts zu tun, sondern es geht, mir jedenfalls geht es nicht um rechts oder links in diesem Kontext, sondern mir geht es darum, was wir lernen können und was wir als Gesellschaft besser machen können. Genau. Dann gibt es noch den Fall von Pike S. Philipp, was da passiert? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe also, der Vorwurf war, ein höherer Hinweis, ja. Ja, also Vorwurf war, schwerer Landfliehungsbruch, gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen diese. Pike S., ein Niederländer, der in Hamburg in U-Haft gekommen ist während der G20-Proteste. Er hat wohl, das ist jedenfalls der Schuldspruch des Amtsgerichts, zwei Flaschen auf Polizeibeamte in Vollschutz geworfen, sodass denen auch nicht viel passiert ist. Also es war, glaube ich, von Kopfschmerzen die Rede. Ein Beamter hatte Kopfschmerzen. Das ist das Erste. Der hat jetzt, wie viel? Zwei Jahre, sieben Monate. Genau. Ist verurteilt. Ist verurteilt worden, nicht rechtskräftig. Die haben natürlich Berufung eingelegt. Ja, und da muss man sagen, die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und neun Monate beantragt und zwei Jahre und sieben Monate sind es geworden, was insofern relevant ist. Es ist mehr, aber es ist insbesondere auch mehr als die Grenze von zwei Jahren, weil Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können. Also das heißt, wenn es rechtskräftig wird, auf jeden Fall im Bau. So ist es. Also er sitzt jetzt ja schon in den U-Haft und er ist wohl auch nicht Haft verschont, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, er sitzt weiterhin in den U-Haft. Das bin ich nicht ganz sicher. Das habe ich nicht gefunden in der Presse, aber soweit ich das verstanden habe, sitzt er weiterhin in den U-Haft. Und da kann man sich schon fragen, ob das noch angemessen ist. Das war nämlich auch die Frage des Hörers, weswegen er uns darauf hingewiesen hat. Die Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Saal haben wohl schockiert reagiert. Es ist ja in der Tat ein seltener Fall, dass der Strafantrag der Staatsanwaltschaft überschritten wird und dann noch so deutlich. Ist das der erste Fall? Der einzige, in dem bisher in Sagen G20 Urteil gekommen sind? Nein, das ist aber der am prominentesten Berichtete. Und also man muss das in aller Deutlichkeit sagen, das ist jetzt nicht völlig unvereinbar mit den Strafgesetzen. Ich habe mir extra noch mal die Straftatbestände angeschaut. Die Strafrahmen beginnen da jeweils in der Tat bei sechs Monaten Freiheitsstrafe reichen bis zu zehn Jahre oder ich glaube in einem Fall sogar bis zu 15 Jahre. Also mit anderen Worten, das ist jetzt noch vom Strafrahmen gedeckt. Es ist aber zumindest eine sehr gewöhnungsbedürftige Strafzumessung, denn den Strafrahmen so auszuschöpfen bei jemandem, der nicht vorbestraft ist in Deutschland und der jedenfalls auch nach Medien berichten, ja, ich war nicht dabei und ich kenne auch die Akten nicht, das muss man immer ganz deutlich sagen, eben nicht vorbestraft war und bei dem auch sonst nichts Strafschärfendes vorlag, finde ich zumindest gewöhnungsbedürftig. Also normalerweise würde man immer sagen, bei jemandem, der so viele mildernde Umstände aufweist, würde man zumindest zu einer aussetzungsfähigen Freiheitsstrafe kommen. Also mein Strafgefühl wäre gewesen, das ein Jahr und neun Monate von der Staatsanwaltschaft ist schon eher am oberen Rande des Vertretbaren. Insofern, ich finde das merkwürdig, aber das muss man ganz deutlich sagen, ist immer mit Vorsicht zu behandeln, wenn man die Akten nicht kennt, wenn man nicht an der Hauptfahnden Tag genommen, sage ich immer dazu, ja, muss man sagen, über Strafverfahren zu urteilen, wenn man nicht im Saar war, aber es klingt für mich nach einer extrem hohen Strafe, was jedenfalls wohl nicht richtig ist, ist die Begründung, die der Richter in der mündlichen Unterhaltsbegründung gegeben hat, nämlich der Gesetzgeber habe ja die Strafen gerade erhöht für Widerstand und das habe er umsetzen wollen, also den Willen des Gesetzgebers, denn der Gesetzgeber hat in diesem Fall eben gerade, ja, er hat eine Mindeststrafe von drei Monaten festgelegt, in besonders schweren Fällen von sechs Monaten, aber er hat eben nicht festgelegt, es gibt nichts unter zwei Jahren Freiheitsstrafe. Das heißt also, mit dieser Begründung konnte man jedenfalls keine zwei Jahre und sieben Monate begründen und ein weiterer Aspekt, den man ins Feld führen könnte, aus meiner Sicht, wäre die Generalprävention, das wird sehr häufig getan, auch in Berlin ist das, sagen wir mal, ein gängiges Argument vom Amtsgericht Tiergarten zu sagen, aus generalpräventiven Gründen müssen wir bei den sogenannten 1. Mai-Fällen besonders hart zulangen, das heißt also, Abschreckung, also Freiheitsstrafen, auch unbedingte Freiheitsstrafen, dass es keine Bewährung gibt, wenn auch von unter zwei Jahren sind auch in Berlin jetzt keine Seltenheit, muss man ehrlich sagen, aber da hat der Bundesgerichtshof in den letzten Jahren relativ genau hingeguckt, wenn man Generalprävention, also die Abschreckung der Allgemeinheit als Strafzumessungsgrund verwenden will, das geht, man kann das grundsätzlich tun, man muss dann aber in der Hauptverhandlung sich die Frage stellen, ob es denn tatsächlich einen signifikanten Anstieg von Straftaten in diesem Bereich gibt, sodass diese Generalprävention tatsächlich nötig ist, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich finde das, als Richter, sondern das ist dann tatsächlich ein Umstand, der in der Hauptverhandlung diskutiert und letztlich bewiesen werden muss und da denke ich, kann man dann zumindest geteilter Meinung sein, ob dieses doch singuläre Ereignis G20 tatsächlich taugt, um zu sagen, wir müssen da generalpräventiv was tun. Klar, G20 ist völlig aus dem Ruder gelaufen, aber jeder 1. Mai in Berlin in den letzten Jahren beweist, es geht auch anders. Insofern, das ist aus meiner Sicht ein deutliches Argument gegen ein Bedürfnis nach Generalprävention bei der Strafzumessung. All right, haben wir das geklärt. Letzter Punkt, ich würde sagen, das lassen wir weg, Philipp, oder? Das ist so ein großer Block noch und es ist zu spät. Lass uns lieber zum Facebook. Zum letzten noch kommen. Okay, genau. Also da haben wir jetzt den Fall, der natürlich auch wieder irgendwie mittelbar, unmittelbar mit dem Wahlkampf zu tun hat, dass, ja, zunächst mal. Und jetzt ist der US-Wahlkampf, oder? Nein, also es gibt doch, doch erstmal ist es der US-Wahlkampf, mit dem fängt es jetzt konkret an, nämlich Facebook hat Forschung, Nachforschung angestellt, ob es denn, sagen wir mal, Werbung bei Facebook gegeben hat, für den Wahlkampf im Rahmen des Wahlkampfs, des Präsidentschaftswahlkampfs, der, oder die Anzeigen, die von Ausländern, konkret von russischen Firmen oder staatlichen Akteuren bezahlt wurden. Und lange hieß es nö, nö, nö. Jetzt kam raus doch, doch, doch. Nämlich gab es 3000 Anzeigen, die platziert wurden von insgesamt 470 Facebook-Accounts und Seiten, die insgesamt rund 100.000 Dollar ausgegeben haben. Und dabei kamen wir raus, dass halt viele dieser Accounts wohl in, ja, also in direkten Zusammenhang zu Russland stehen. Ob jetzt zu russischen Staatsakteuren, ist unklar, aber zumindest zu Russland. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das aber schon verboten, dass in den USA, dass quasi Ausländer in den Wahlkampf eingreifen. und ausländisches Geld. schon verboten, okay. Genau. Und deswegen ist das ein Ding und das ist aber insofern für Deutschland auch interessant, weil es sich nämlich bei diesen Anzeigen, das fand ich dann so ganz interessant, um Dark Post, wie das immer so genannt wird, handelt nämlich, Facebook nennt das Unpublished Page Posts. Und das fand ich interessant. Was ist denn Unpublished Page Posts? Unpublished Page Posts. Und das funktioniert so, du hast eine Facebook-Seite. Ja. Und nochmal, wenn du die likest, ja, tausend Leute liken die und im Normalfall ist es dann so, du publizierst was auf dieser Seite, dann kriegen das halt, sagen wir mal, im Jahrfall alle zu sehen, die das geliked haben. Bei diesen Unpublished Page Posts oder Dark Ads ist es so, du schreibst einen Text und sagst, dieses Ding ist übrigens erstmal unpubliziert, er wird nur ganz bestimmten Leuten angezeigt. Okay. Du kannst es total runter, sozusagen, ganz fein granular regeln. Ja. Frauen mit iPhone zwischen 22 und 25 in der Region und so. Das habe ich ja selber schon mal gemacht. Das kenne ich, ja. So. Und das sind sozusagen Anzeigen, die sonst niemand zu sehen bekommt, ja, die auch nicht auf der Seite stehen, ja, und dann nochmal extra anderen, welchen angezeigt werden, sondern die sind unsichtbar und werden nur dieser Zielgruppe angezeigt. Okay. Also es ist nicht so, du kannst ja sagen, wenn wir in den Lage Posts reinmachen, steht ja immer Boost, Boost your Lage Posts und dann bekommen das nicht nur die Leute zu sehen, die unsere Seite abonniert haben, sondern auch noch 20.000 andere, für die wir da bezahlt haben. Genau. Da kann man auch Targeting einstellen. Aber alle anderen, wenn sie das lesen wollen, können das auch lesen, ja. Bei diesen ist es aber so, die liest, die kriegen wirklich, die sind unsichtbar und die kriegen nur diese Leute zu sehen, die zu dieser spezifischen Zielgruppe gehören. Interessant. Und das ist insofern interessant, als da natürlich Wahlkampfwerbung total intransparent wird. Also es ist ja gut vorstellbar, dass, weißt du, was weiß ich, sagen wir mal SPD, schaltet eine Anzeige und sagt, okay, also Leuten, sagen wir mal, aus Sachsen, ja, die, die AfD-Seite geliked haben, und irgendwie zwischen 30 und 40 sind, den zeigen wir an unseren Post Ausländer raus. Grenzen wieder hoch, Mauer hoch, sieht sonst keine. Sieht sonst keine. Sie sind nur die AfD-Leute. Ja, wenn du aber jemand vorbeikommst, der irgendwie die Bio-Bäckerei bei sich um die Ecke geliked hat, ja, und irgendwie bei der Flüchtlingshilfe auch noch geliked hat, dem zeigst du genau das Gegenteil. Okay. Das kann kein, also ich sage nicht, dass das kein Mensch kontrollieren kann, aber es ist sehr schwer. Ja, das ist sehr schwer zu kontrollieren. Plus, dass selbst Facebook Probleme hat, zu gucken, woher das Geld kommt. Ja, normalerweise ist es ja so, dass du bei Werbeaktenzeigen, ja, aber das sind dann Firmen, weißt du, weißt nicht genau, wer dahinter steht, ist das jetzt eine Firma vom Geschäftsmann A, oder steht dieser Geschäftsmann A auch in Beziehung zu einer anderen Firma, die dann wiederum mit dem russischen Staat verbunden ist. Das heißt, dann gibt es so ein tiefgestaffeltes Netz von irgendwelchen Tarnfirmen, Scheinfirmen. Oder wir könnten zum Beispiel in Deutschland jetzt als Lage, was weiß ich, da kannst du sagen, ja, wir machen jetzt Werbung für Partei XY, ja, schalten bei Facebook Werbung. Niemand wüsste, müsste erfahren, woher diese Werbung kommt, steht nicht drin, erfährt man nicht. Und das macht das Ganze natürlich extrem intransparent. Wo kommt eigentlich Geld, um für Partei X zu werben, ja, wo sammeln die eigentlich ihre Kohle ein? Gibt es irgendeine Art von kohärentem Wahlkampf-Messaging, ja, oder maßschneidern die Parteien eigentlich alle ihre Werbung auf ganz bestimmte Zielgruppen und diese Messages widersprechen sich alle. Es gibt sozusagen, wird immer schwerer, eine öffentliche Debatte über diesen Wahlkampf zu führen, weil keiner so richtig genau einen Überblick über alles hat, wer wie wann wo wie eigentlich sieht und welche Messages und Wahlkampf-Slogan da eigentlich verteilt werden. Und da fand ich ein Projekt ganz interessant, was Daniel Drepper ins Leben gerufen hat. Der ist Chefredakteur von BuzzFeed Deutschland mit T-Online zusammen, also zwei sehr unterschiedliche Newsportale, um eben möglichst viel unterschiedliche Leute zu erreichen. Und die haben Leute dazu aufgerufen, in ihre Browser kleine Plugins zu installieren, kleine Add-ons, um rauszufinden, wie deutsche Parteien eigentlich diese Dark-Ads einsetzen. Genau, das sind also, nur vielleicht zur Erläuterung, die, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass diese kleinen Add-ons im Prinzip mitschneiden, welche Wahlwerbung man so angezeigt bekommt. In Facebook. Genau, und das ist so eine Art, wenn du willst, so eine Art Crowdsourcing, das ist ja sonst eben kaum zu messen, wer wann welche Wahlwerbung angezeigt bekommt und dieses Plugin soll das im Grunde ermöglichen. Genau, du bist auf Facebook, hast das Plugin installiert und das Plugin sammelt und liefert halt zurück, welche Werbung wurde angezeigt, was ist so das Messaging, um mal ein bisschen rauszufinden, wie wird das eigentlich eingesetzt. Und da gibt es jetzt auf buzzfeed.com slash dark ads erste Berichte, das ist aber noch nicht so richtig ausführlich. Daniel hat mir geschrieben, er hätte 800 Nutzer aktuell, decken 90 Prozent der Wahlkreise in Deutschland ab und er sagt, grundsätzlich kann man, bisher ist es noch nicht abgeschlossen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir targeted ads oder dark ads nur sehr eingeschränkt sehen und die Parteien offenbar vor allem auf klassische Werbung bei Facebook setzen. Okay. So, das ist so ein Zwischenfazit von Ihnen. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Kann man nur aufrufen, geht dahin, installiert euch das Ding und macht da mit. Ähnliches Projekt war ja das, was wir auch vorgestellt haben, die Datenspende von der Algorithm Watch. Genau. Da gibt es auch Zwischenergebnisse, die haben glaube ich über vier Millionen Suchanfragen an Google News gestellt. Die Idee war, personalisiert Google News eigentlich Nachrichten, die wir sehen. Und da haben die halt 16 glaube ich Suchbegriffe immer wieder an Google News abgefeuert, also die Spitzenkandidaten der Parteien und die Namen der Parteien und dann zu sehen, bekommen eigentlich alle, die da anfragen, die gleichen Nachrichten in der gleichen Reihenfolge angezeigt oder geht das so ein bisschen hin und her. Und das Zwischenergebnis da ist, die haben vier Millionen, glaube ich über vier Millionen Suchanfragen gestellt von einigen tausend Nutzern und haben gesehen, es gibt sehr geringe Personalisierung. Also viel weniger als angenommen, wenn, dann ist es in der Regel regional bedingt. Also dass du in Köln vielleicht aus dem Kölner Anzeiger einen Artikel angezeigt bekommst, der Cem Özden mir thematisiert und ich vielleicht aus der Berliner Zeitung einen an. So, das ist so die Art von Personalisierung, die sie gesehen haben. Ansonsten relativ wenig. Also das ist so ein bisschen zwei Infos zu dieser Frage, wie personalisiert und zielgerichtet ist eigentlich da die Kommunikation dieser großen Plattformen und Zwischenergebnis bisher in Deutschland eher überschaubar. Ja, aber trotzdem interessant und ich finde es ja, ich finde es ein sehr ehrenwertes Projekt, wenn man ja immer so denkt, das ist überhaupt nicht möglich, da mal Transparenz herzuschaffen und das hier, aber doch dann mit relativ kreativen technischen Methoden genau das versucht wird, doch einfach wenigstens mal genauer hinzugucken, wenn man auch schon nicht im Einzelnen weiß, wer diese Anzeigen finanziert, doch zumindest mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Anzeigen, um dann im Nachhinein auch vielleicht sagen zu können, was hat das denn jetzt für einen Einfluss auf die Wahl, das finde ich unter dem Aspekt demokratischer Transparenz doch einen großen Wert. und zumal, also selbst wenn das deutsche Parteien jetzt noch nicht nutzen, ich denke, der Trend geht schon dahin und ich glaube, wir sollten uns wirklich Gedanken machen darüber, wie wir Wahlwerbung und Wahlkampffinanzierung so transparent halten können, dass wir das auch auf diesen Plattformen irgendwie nachvollziehen können. Also in den USA ist die Diskussion schon viel weiter, weil Trumps Kampagne wohl sehr intensiv diese Ads genutzt hat und keiner weiß eigentlich genau, woher kommen eigentlich die Millionen, die Trump da für sich ausgegeben hat. Das ist auch gruselig. Ja. So, zum Schluss noch ein paar Hausmitteilungen. Ja. Und zwar, was haben wir denn hier so? Also, erstmal gibt es das vielleicht eine kleine Abstimmung, das Bücherradio im Küchenstudio, nämlich Mein Freund der Baum mit Onkel Andi und Andi Arbeit. Das ist nominiert für einen kleinen Preis. Das Ding nennt sich Buchblog Award. Findet ihr unter buchblog-award.de und da weiß ich nicht, würde ich mich doch freuen, würden wir uns alle freuen, wenn ihr da die Stimme für Mein Freund der Baum abwerfen würdet. Link findet ihr in den Shownotes. Ja, und abonnieren könnt. Wenn euch der Podcast gefällt. Wenn euch der Podcast gefällt. Also jetzt wollen wir natürlich niemanden hier dazu verleiten, irgendwie pauschal irgendwie nur seine Stimme abzugeben. Aber wenn ihr die gut findet, den Podcast, dann genau. Macht das. Abonniert den erstmal. Ich finde den auch super, muss ich sagen. Abonniert den mal, küchenstudio slash Mein Freund der Baum. Abonniert euch den Podcast, hört da rein. Und wenn er euch gefällt, wäre es cool, wenn ihr unter buchblog-award.de eine Stimme abgebt. Dann, das auch noch ein wichtiger Punkt, die Auswertung unserer sommerpreußlichen Plus-Content-Experimente. Genau, also wir hatten ja in diesem Sommer die Besonderheit, dass Philipp drei Sommerinterviews aufgenommen hat, die eben nicht zum normalen Programm der Lage gehören. Deswegen, ich war ja auch gar nicht dabei. Das waren im Prinzip Interviews von Philipp, die wir nur über den Lage-Channel verbreitet haben. War Sondercontent, hatte mit dem eigentlichen Podcast nichts zu tun, wenn man ehrlich ist. Philipp war halt natürlich dabei. Thematisch so ein bisschen verbunden. Thematisch so ein bisschen, aber im Grunde war das eben nicht die Lage, sondern Sommeredition, Sommerinterviews. Und die haben wir dann mal mit verschiedenen, wie soll ich sagen, experimentellen Modellen ins Netz gestellt. Bei dem ersten Podcast war es so, dass Philipp, glaube ich, nur die Hälfte. Die Hälfte. Von dem Axel Friedrich habe ich die Hälfte für alle und die Hälfte für Pluskunden reingestellt. Hab das Ganze extrem ruppig und ungeschickt präsentiert. Das war so ein bisschen in your face. Das war, genau, das war, habe ich ja auch gesagt, das war, das war nicht besonders elegant. Genau, und ich bin ja, bin ja momentan so bei uns der Social Media Manager und ich habe dann das Gewitter abgekriegt. Genau, also das muss man schon ehrlich, das muss man auch mal ehrlich sagen und ehrlich annehmen, da waren einfach viele Hörerinnen und Hörer echt stinkig, weil das so ein bisschen eine ziemlich harte Landung war. Mitten in der Folge bricht das halt ab. So, danke, tschüss, tschüss. Jetzt hier, hallo, paywall. Genau. War nicht geil. Ich habe das ja auch selber nochmal angehört und war selber überrascht. War nicht geil. Und fühlte mich selber als Hörer verarscht, als ich mich hab hören sagen, sagen hören, jetzt ist halt tschüss, ja, ist vorbei, jetzt war sehr bloß. Also das war ganz schlecht. Also an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich sorry, das haben wir nicht gut gemacht. Ja, haben wir nicht gut gemacht, haben wir aber gemerkt, sehen wir selber so, tut uns leid und machen wir nicht wieder. Und dann haben wir das zweite reingestellt, ähnlich, besser, ein bisschen besser erklärt, warum wir das machen und eben so rumzugucken, wie, wie, wie und ob wollen wir denn überhaupt Pluskunden, sagen wir mal, exklusive Inhalte anbieten. Das war bei Altmaier. Genau, das war dann bei Altmaier. Da haben wir die letzten zehn Minuten als Plus-Content angeboten und jetzt als letzte Stufe des Experiments vor ein paar Tagen das Interview mit Diana Kinnert, haben wir halt für alle reingestellt. Und wir haben ja gesagt, das ist jetzt mal ein Experiment gewesen, um mal rauszufinden, wie können wir eigentlich als Podcast, sagen wir mal, bestimmte Inhalte, das hatten wir ja immer angekündigt bei der Einführung des Abos, auch eben dann nur für Abonnenten und Abonnentinnen bereitstellen und inwiefern macht das Sinn. Und wenn ja, wie macht man das? Und da muss man halt sagen, die Konsequenz, die wir da, oder die Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, ist, es macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also, na klar, also der ein oder andere hat jetzt ein Plus-Abo abgeschlossen, das muss man schon sagen, aber uns ist ehrlich gesagt der Preis zu hoch, denn wir haben sehr viel Feedback bekommen, wo Leute gesagt haben, das ärgert mich, das finde ich total unsympathisch, die Inhalte sollten im Prinzip frei sein, jedenfalls die inhaltlichen Inhalte, also wir machen ja bei den normalen Lagen auch so ein bisschen Pre-Show, Post-Show für die Abo-Kunden, aber im Prinzip die eigentlichen thematischen Inhalte sollten für alle frei sein, nicht zuletzt deswegen, weil sonst auch die Diskussion leidet. Wenn also ein Teil der Hörerinnen und Hörer einfach gar nicht das ganze Interview gehört hat oder perspektivisch am Ende nicht die ganze Lage gehört hat, dann ist die Diskussion in den Kommentaren auch nicht mehr so richtig möglich und was uns auch sehr interessiert hat, ist, dass die Plus-Kundinnen und Kunden uns, also soweit wir das wahrgenommen haben, geschrieben haben, sie legen überhaupt keinen Wert auf extra Inhalte, sondern sie wollen eigentlich die Lage unterstützen. Und das muss man sagen, ist ja in doppelter Hinsicht großartig. Das ist zum einen auf so eine angenehme Weise philanthropisch, weil sie halt sagen, hey, wir möchten, wir möchten, dass alle was von den Inhalten der Lage haben, oder demokratisch immer, wenn man das nennen will, wir wollen, dass alle was von der Lage haben und zum Zweiten, wir wollen halt einfach die Lage unterstützen und wir wollen gar keine extra Inhalte. Also fand ich sehr sympathisch und deswegen haben Philipp und ich uns überlegt, also das machen wir auch nicht mehr. Genau und das heißt, das Abo wird, besteht im Prinzip aus zwei Komponenten. Es gibt den Livestream und wenn es mal Werbung geben sollte, ist das Plus-Abo eben werbefrei. Genau, das sind die Dinge und wir machen halt Streaming und wir machen ja Pre-Show, Post-Show bei den normalen Folgen. Wobei, aber das ist wirklich eine Kleinigkeit. Im Prinzip ist einfach die klare Ansage, die Inhalte sind für alle frei im Netz. Genau. Dann wollte ich noch auch an dieser Stelle mal auf unseren Instagram-Feed hinweisen, Instagram-Lage-Nation, der aktuell lebendig ist und lebendiger als er je war, nämlich dank Chiara. Chiara ist unsere Praktikantin, macht einen super Job, ist ja gerade mit dem Abi fertig geworden und genau und bespielt das Ganze, hat ein paar Ideen, bringt sich da sehr gut ein und veröffentlicht Chiara. Wie schreibt man das, Philipp, eigentlich? Chiara? C-I-A-R-A. Ah, okay, gut. Und genau, bringt sich da ganz gut ein. Da landen jetzt auch viele, also alle der Lagebilder, die ihr schickt, an hoffentlich team at lagedernation.org, also was ihr seht, wenn ihr die Lage hört, schickt das einfach weiter an diese E-Mail und das landet dann auch in diesem Instagram-Feed und damit das auf Instagram ein bisschen besser funktioniert, könntet ihr, wenn ihr mögt, in die Mail, hat mich Chiara gebeten, auch euren Instagram-Namen reinschreiben, dann kann man das da irgendwie besser versharen. Genau. Und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an Chiara, dass sie uns unterstützt. Genau. Also ich habe mir gesagt, wir lassen ihr da auch so ein bisschen Freiheit, weil sie sehr engagiert ist und gute Ideen hat. und bitten da auch um Nachsicht, falls da irgendwie jetzt mal nicht so was 100% perfekt sein sollte. Ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Sie ist ja eine ganz junge Kollegin. Genau. Und ich finde es schön, dass sie sich einfach gemeldet hat und auch gleich super Ideen hatte und konkrete Pläne und so. Und ich dachte, ja, das ist doch cool. Dann das scheint mir, das scheint mir zu passen. Cool. Genau. Dann noch der Hinweis ganz zum Schluss auf unsere T-Shirts. Gibt es gerade mal wieder Rabatt. Küchenstudio slash Shop 15% Rabatt auf alles ab dem 12. Wann ist das? 12.9. Genau, so sind es vier Tage. Ne, in drei Tagen. In drei Tagen. Der, glaube ich, der Dienstag. Der Dienstag. Der Dienstag. Da gibt es sozusagen die Shirts und die Hoodies 15% billiger. In diesem Sinne haben wir die Lage der Nation abschließend und umfassend erörtert. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls großen Spaß gemacht. Ich gehe mit viel Elan in die neue Saison. Absolut. Lage ist back. Und wenn ihr mögt, dann können wir uns auch persönlich auf ein Bierchen treffen am 26. Tickets gibt es immer noch. Lage live. Lage live. Bei Wikimedia Deutschland in Berlin am Tempelhofer Ufer. Genau. Ansonsten würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder nächste Woche. So soll es sein. Bis dann. Eine gute Woche. Schönes Wochenende. Und tschüss. Tschüss.